Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 85 vom 2. Februar 2018. Wie immer mit Philipp Wannse und mit Ulf Burmeier. Hallo und mit einer großen Runde von Hannoveranerinnen und Hannoveranern und Gästen aus der Region, die hier live mit dabei sind. Guten Abend. Genau, jetzt müsst ihr nochmal klatschen, damit die das im Podcast auch hören. Ja, Dankeschön im Saal und vor allem ein großes Dankeschön an den Heise Verlag, die Redaktion der CT, die den heutigen Abend möglich gemacht haben, indem sie den Raum organisiert haben und auch sonst im Hintergrund ganz viele Fäden gezogen haben, damit die Lage live heute in Hannover stattfinden kann. Darüber freuen wir uns sehr und sagen ganz herzlich Dankeschön. An den Heise Verlag, genau. Genau, großartig. Ich habe noch so eine kleine, wir haben uns ja immer Gedanken gemacht, wie könnte man das noch weiter verbreiten, das Wort von der Lage. Und da hatte ich neulich eine Frau getroffen im Deutschen Institut für Urbanistik, die war so 60 plus, ich hoffe, ich tue jetzt kein Unrecht. Und sie sagte dann so, ah, Sie sind doch von der Lage, das höre ich auch. Sie sagte, ah, Sie sind ja schon ein bisschen älteres Semester, ist ja großartig, wollen Sie das Wort nicht verbreiten? Und dann sagte sie so, ja, bei unserem Semester, da könnte man ja sowas machen wie Topa-Partys. Und ich sagte, Topa-Partys. Also Topa-Partys war so das, wo meine Oma Kamelhaardecken verkauft hat. Und sie sagte so, ja, das wäre doch nett, wenn sich so Senioren treffen und wir hören, wir spielen uns Podcasts vor. Und das fand ich natürlich eine grandiose Idee. Ich meine, wenn meine Oma Kamelhaardecken unter das Volk bringen kann, da wird es ja wohl auch gelingen, irgendwie die Lage da ein bisschen publik zu machen. Also das als Aufruf, wenn Menschen Lust haben, so die alte Tupper-Party wieder aufleben zu lassen, ohne Kamelhaardecken mit Smartphone und Podcast. Also wir unterstützen euch gerne. Wir machen auch gerne Werbung für, wenn ihr da irgendwie Events macht. Genau. Und wir nehmen natürlich auch gerne Lagebilder vom Stuhlkreis um das iPad. Unbedingt. Wunderbar, das nehmen wir nämlich auch gerne. Apropos Lagebilder. Wir haben schon länger nicht mehr darauf hingewiesen. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns Bilder schickt von dem, was ihr seht, wenn ihr die Lage hört. Wir haben inzwischen schon, ich glaube, anderthalb tausend Lagebilder bekommen aus der ganzen Welt. Und jedes einzelne freut uns sehr, einfach zu sehen, was ihr seht, wenn ihr die Lage hört. Quasi, ob ihr nun unter Palmen sitzt oder ob ihr gerade die Blumen gießt bei euch daheim in Hannover zum Beispiel. Oder was auch immer ihr tut, wo immer ihr seid, knipst doch einfach mal euren Blick auf die Welt in dem Moment, wenn ihr uns zuhört. Und schickt es ein an team.lagedernation.org. Da freuen wir uns sehr. Und bei der Gelegenheit noch der kleine Hinweis auf unsere Lagekarte. Sie ist, muss ich gestehen, da bin ich so ein bisschen rückständig, nicht mehr ganz aktuell. Aber irgendwann haben wir, glaube ich, 450 Bilder oder so von den Bildern, die wir bekommen haben. Und die dann eben Geokoordinaten enthalten haben. Viele haben halt keine Koordinaten. Aber manche Bilder enthalten quasi den Ort. Wo sie aufgenommen worden sind, die GPS-Koordinaten. Und diese Bilder haben wir dann in eine Karte gestellt. Natürlich mit so ein bisschen, ein bisschen Unschärfe. Also man sieht nicht ganz genau, wo die aufgenommen sind, so aber auf einen Kilometer genau. Und da kann man sich auf einer Weltkarte angucken, von wo wir über Lagebilder bekommen haben. Das findet man unter lagedernation.org slash Lagebilder. Wer Lust hat, schaut da mal rein. Und wir freuen uns deswegen natürlich ganz besonders über Bilder, die diese Koordinaten enthalten. Einfach, weil sie dann die Lagekarte ergänzen. Wir haben jetzt ein kleines Segment, was normalerweise nur unsere Abonnenten zu hören bekommen, die auch die Pre-Show hören. Aber wir haben uns gedacht, das ist jetzt irgendwie Quatsch, das jetzt hier so einzubauen und dann nur in der Pre-Show zu machen. Und das nennt sich AMA. Ask me anything. Und Abonnenten können also, und Abonnenten können also an AMA at Lage der Nation Fragen stellen, Fragen schicken. Am besten gleich in Betreff, dann ist es einfach zu sortieren. Und wir beantworten die dann kurz und knackig. Und zwar gibt es hier ein paar Fragen. Ulf, die ist es an dich, ne? Gibt es einen Konflikt zwischen Neutralität im Richteramt und öffentlicher Meinungsäußerung im Podcast? Ich sage grundsätzlich nein. Man muss ein bisschen aufpassen, worüber man redet. Und ich habe da ja die ganz strenge Regel, dass ich nie über Fälle rede, an denen ich irgendwie dienstlich beteiligt war. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man das nicht tut. Idealerweise auch nicht, wenn die Fälle abgeschlossen sind. Sondern es geht allenfalls um Rechtsfragen. Und ich passe auch immer so ein bisschen auf, dass ich möglichst nicht in den Gebieten öffentlich diskutiere, mit denen ich selber beruflich zu tun habe. Das habe ich in Moabit streng eingehalten. Das ist natürlich, seit ich in Berlin am Verfassungsgerichtshof als HIV arbeite, so ein bisschen schwieriger. Denn da geht es ja viel um Verfassungsrecht. Das ist auch in der Lage, gar nicht zu umschiffen. Da, finde ich, ist halt die Regel, nicht über eigene Fälle reden. Und natürlich über die Dinge, über die man redet, in einer Weise reden, dass man nicht befangen ist. Also jetzt nicht irgendwie mit Schaum vorm Mund, sondern sachlich argumentieren. Aber dann, denke ich, ist das in Ordnung. Es gibt ja auch viele Richterinnen und Richter, zum Beispiel, die Fachaufsätze schreiben und da sehr deutlich Position beziehen. Also ich denke, wenn man ein bisschen aufpasst, wenn man sich darüber Gedanken macht, nicht einfach vor sich hin redet, dann ist das kein Problem. Dann war, welches alkoholische Getränk trinkt ihr am liebsten? Oh, Philipp, sag mal. Whisky Sour. Nein, es ist meine Meinung. Wenn ich in eine neue Bar gehe, kenne ich nicht. Taugt ihr was, taugt ihr nichts? Whisky Sour. Das ist so der Elchtest für Clubs quasi. Mit Ei. Ja, ja. Und du? Ich mache das ehrlich gesagt so ähnlich, nur mit Caipirinha. Das, finde ich, ist auch so ein ganz klassischer Cocktail und man kann wahnsinnig viel daraus lernen. Wenn die den können, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Wenn nicht, dann weiß man next time woanders hin. Hier ist eine Frage an mich. Das ist eine super Frage, Philipp, die hätte ich auch stellen können. Dann liest du dir doch mal vor, du hast überlegt. Großartige Frage. An den Lebenslauf von Philipp eine Frage, insbesondere zum Thema Russland. Wie, warum, wie lange? Dazu muss man wissen, Philipp hat mal eine Weile in Russland gelebt. Derzeitige Russischkenntnisse. Erzähl mal ein bisschen mehr, als bei Wikipedia steht. Insbesondere, warum du nach zwei, drei Jahren wieder nach Deutschland gekommen bist. Das ist ja ein Zeitraum, nach dem man eigentlich erst richtig angekommen ist. Wie war es? Da könnte ich natürlich eine ganze Stunde drüber reden. Ich versuche es in zwei Minuten oder anderthalb zu machen. Also ich habe im Gymnasium natürlich Russisch, das war in Uelzen. Übrigens, es sitzen Leute hier, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Jo. Ja. Das ist super geil. Die Lage grüßt Uelzen. Hi. Bin ich, hatte ich Russisch ein paar Jahre, konnte nach dem Abi nichts, null. Bin nach Russland gefahren, dachte ich wäre King of Town und konnte nicht mal fragen, wie spät es ist. Das war wirklich echt extrem erniedrigend. Und dann war ich so zwei, drei Monate in Petersburg und war halt danach so ein bisschen ediktet und hat auch noch ein Praktikum da gemacht und habe das dann studiert. Und war halt dann nicht an einem Stück, aber so mit Unterbrechung, mal drei Monate hier, mal fünf Monate da im Kaukasus und mal fünf Monate Saratov und so. Immer wieder da und fand es halt toll und großartig und habe da ein bisschen gearbeitet und gelebt, aber nicht so richtig gelebt gelebt, sondern mit Reisen das gemacht. Und warum ich dann irgendwann, habe auch ein Praktikum, habe Spiegel gemacht, genau, in Moskau und warum ich dann irgendwann gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, war einfach, dass in meiner Erfahrung, in meinem Erleben, dieser russische Nationalismus sich wirklich so durchgefressen hatte, bis zur letzten Oma die Sonnenblumenkerne an irgendeiner U-Bahn verkauft, dass das echt nicht mehr auszuhalten war. Also ja, selbst Leute, echt gute Freunde und die man so in Moskau und Großstadt und denkt so, ja super liberal und alles offen und toll und so, wenn es dann darauf kam, dass die Kaukasier ja alle hier in der U-Bahn rumlungern, da gab es keinen Halten mehr. Und ich hatte einfach keinen Bock mehr. Es war einfach unangenehm geworden. Unsympathisch. Unsympathisch. Und das war ein Grund, auch dann Familie und das Reisen war so ein bisschen schwieriger und so, deswegen zurück. So, unsere Podcast-Technik, war die Frage, was haben wir auf? Wir haben hier diese Biodynamic-Headsets, DT279 und ein Audio-Device. E297 steht hier. E297, stimmt auch. Und das Audio-Device, das habe ich irgendwie nicht, das ist ein Focusrite-Klarett, genau. Thunderbolt, weil USB scheiße ist am Mac, deswegen Thunderbolt, vier Kanäle, weil wir zu zweit sind, manchmal Gäste haben. Genau. Für die Nicht-Nerds vielleicht, also USB kennt man ja, das ist halt so eine Anschlusstechnik, um externe Geräte an den Mac anzuklemmen und Thunderbolt ist sowas ähnliches wie USB, nur besser. Also da sind die Treiber besser, also Apple, muss man ja sagen, hat einfach seit längerem ein gewisses Qualitätsproblem, bei iOS auch, aber vor allem bei den Macs und die USB-Treiber vom Mac sind ehrlich gesagt eine Katastrophe, genauso wie die WLAN-Treiber. Ja, und bei Thunderbolt klappt das noch relativ besser, der Nachteil, die Geräte sind etwas teurer, aber sie klappen auch gut. Wie gesagt, Focusrite ist das große Gerät, wenn wir beiden zusammen aufnehmen und wenn ich auf Reisen bin, dann nehme ich ein kleines Thunderbolt-Gerät mit, das hört auf den schönen Namen TAC2, also TAC2. Von Zoom. Von Zoom, genau. Und das haben wir relativ neu und das funktioniert aber richtig gut. Also wir mussten uns erst ein bisschen einruckeln mit Filmware-Updates und so, ein bisschen schauen, wie es funktioniert. Wir müssen auch noch eine Verlängerung kaufen, weil wir bislang noch so einen kleinen Hack anwenden müssen, damit es richtig funktioniert. Aber im Großen und Ganzen sind wir mit unserer Hardware, glaube ich, ganz glücklich. Ja. Ja, also Thunderbolt ist halt einfach der Trick. Okay, okay, damit genug der Vorrede, genug der Pre-Show, genug der Begrüßung. Genau, Einladung nur. Wer solche und ähnliche Fragen beantwortet, wissen möchte, der schicke uns sie bitte an ama.lagedernation.org, also ama.lagedernation.org. Und ganz wichtig, keine Fragen bitte in die Mail als solche, bitte nur die Frage in die Betreffzeile. Also die Frage sollte kurz genug sein, um in die Betreffzeile zu passen. Das ist der Trick. Danke. So, jetzt aber mal rein ins Geschäft. Rein ins Geschäft. Hier steht Koalitionsvertrag, Philipp. Pet, wollen wir drüber reden? Sollten wir machen. Sollten wir machen? Also wir haben natürlich, das muss man dazu sagen, uns haben Leute relativ viel Details geschickt. Also wir haben aus diesen Koalitionsverhandlungen, die ja noch laufen, wir haben jetzt Freitag, die sollen Sonntag, Montag so gehen. Und da haben uns Leute halt relativ detaillierte PDFs geschickt. Und Wörterteilen auch. Und Wörterteilen und was da so alles Zwischenergebnis und Verhandelt und Endergebnis und was da so drinsteht und was die SPD will und was die CDU will und was die SPD noch reinverhandeln will und was in Klammern steht und so. Und wir haben uns überlegt, wie wir damit umgehen. Ja, der Hintergrund ist einfach, zum einen freuen wir uns natürlich ganz gewaltig, dass viele Leute inzwischen denken, hey, die Lage ist irgendwie interessant, die sollen da mal drüber reden, denen schicke ich jetzt mal Dinge. Das fand ich ganz interessant. Das ist im Grunde so die erste League-Orgie, wenn man ehrlich ist, wo wir so richtig gespürt haben, die Leute versuchen uns da gut im Bild zu halten. Also ganz herzlichen Dank erstmal dafür. Und es waren auch, teilweise konnten wir es checken, Dokumente, die wirklich sehr aktuell waren. Also nicht irgendwie gut abgehangene Steaks, sondern wirklich Sachen, die ein, zwei, drei Stunden erst alt waren. Klasse. Insofern können wir nur sagen, danke dafür und immer wieder gerne. Keep it coming, genau. Keep it coming. Aber wir haben uns dann überlegt, sollen wir das jetzt auch in Detail durchkennen? Wie ernst sollen wir das nehmen? Und da haben wir halt auch aus zuverlässiger Quelle gehört, Leute, auch das, was in den Medien aktuell gerade als, die Koalition hat sich geeinigt auf, verkauft wird, ist mit Vorsicht zu genießen. Weil tatsächlich auch, sagen wir mal, interessierte, so halbgare Sachen liegen und, und, und. Und wir haben beschlossen, so ein bisschen nochmal im Parfors, wie heißt das? Parfors-Ritt. Parfors-Ritt durchzugehen, was da so diskutiert wird. Aber jetzt nicht jedes einzelne Detail zu machen, weil wir das nächste Woche machen, wenn wir wirklich den Vertrag vorliegen haben. Genau, also ganz wenige Dinge wollten wir eben nur rausgreifen, die uns schon spontan aufgefallen sind. Was wir gut finden, weil wir das auch immer wieder kritisiert haben, ist, dass das Kooperationsverbot wohl fallen soll. Das ist das bislang ja geltende Verbot, dass der Bund, Gedankenstrich, der ja vergleichsweise viel Geld hat, Gedankenstrich, sich nicht beteiligen durfte bisher an der Finanzierung von Bildung. Also weder Unis noch Schulen, weder Inhalte noch Schulgebäude und dieses Kooperationsverbot soll offensichtlich wegfallen. Also der Bund darf den Ländern in Zukunft wohl unter die Arme greifen, wenn es darum geht, Bildung zu finanzieren. Aber Details sind auch da noch nicht so richtig klar. Aber das ist jedenfalls, denke ich, eine ganz positive Nachhaltung. Das wäre auf jeden Fall, das haben Sie ja mittlerweile eingesehen, 2006 haben Sie das, glaube ich, eingeführt, auch die große Koalition ja. Und das war ein Griff ins Klo und ich glaube, das steht so nicht explizit im Koalitionsvertrag. Aber der Griff ins Klo, glaube ich, haben wir so jetzt nicht gefunden. Aber jeder sieht es, glaube ich, ein und deswegen fliegt das raus. Das andere, was noch ganz interessant war, war das mit der Pflege. Das haben wir auch immer moniert, dass das alles ein bisschen hinten runterfällt. Leute werden immer älter, immer weniger Junge kommen nach. Die Alten werden, wie gesagt, auch immer älter leben, immer länger. Und deswegen wird es uns in 20, 30 Jahren echt auf die Füße fallen. Und auch jetzt schon, dass wir so wenig Leute haben, die pflegen. Und da sollen halt 8.000 neue Pflegekräfte eingestellt werden. Klingt erstmal toll. Dann sind aber ganz viele Fragen daran. Wer soll das eigentlich zahlen? Das kann ja nur aus der Pflegeversicherung kommen. Sprich, da muss man irgendwas erhöhen. Oder es muss einen höheren Steuerzuschuss geben, also aus dem allgemeinen Steuersäckel. Irgendwie muss die Kohle daher kommen. Und dann, auch das lässt sich ja noch stemmen, aber auch 8.000 Pflegekräfte. Klingt viel. Klingt viel, aber wird den Pflegenotschein nicht beheben. Nee, also wenn man das mal ausrechnet, das ist nicht mal eine ganze Stelle pro Pflegeheim. Und wenn man sich das anschaut, wenn dann irgendwie aus 20, 21 Leute werden, bin ich mir nicht sicher, ob das die Qualität signifikant verbessert. Also natürlich wollen wir das jetzt nicht kritisieren im Sinne von falsch. Aber wir fragen uns jetzt schon, ob das, wenn es denn so kommt, wie es sich abzeichnet, der ganz große Wurf ist in Richtung Pflege. Antwort, wohl eher nicht. Aber gut, da kann ja noch was draus werden. Ja genau, also dazu kommt natürlich, das ist ein anderer Aspekt bei dieser Pflege, dass sie flächendeckende Tarifverträge einführen wollen. Und man denkt erstmal so, flächendeckende Tarifverträge, ja, gibt es das nicht schon. Offensichtlich gibt es das nicht. Ich glaube, im Deutschlandfunk ein ganz interessantes Interview mit so einer Pflegeforscherin, die sagte, also diese privat gefilgten Pflegeheime, da gäbe es fast keine Tarifverträge. Muss ich das verstehen. Da gibt es natürlich öffentlich gepflegte Pflegeheime, geführte Pflegeheime. Das sind aber wohl nur so ein paar Quitschprozent irgendwie. Und da seien die Tarifverträge da und da seien auch die Löhne 25 Prozent höher. Und das wäre natürlich schön, wenn man über höhere Löhne auch mehr Leute irgendwie in diesen Beruf locken kann oder ihn zumindest attraktiv machen kann. Also da muss auf jeden Fall was gemacht werden, nur was sich da abzeichnet, sieht nicht so ganz großartig aus. Das gilt übrigens für alle Dokumente. Ich habe also so wirklich wenigstens mal gescannt und so richtig Spaß machte das nicht. Aber wir haben uns gedacht, bevor wir jetzt, wie wir das ja bei den Sondierungspapieren gemacht haben, in eine Detailkritik einsteigen, warten wir, bis der endgültige Vertrag auf dem Tisch liegt und hoffen quasi auf ein Wunder in den endgültigen Runden. Denn, wie heißt das alte Schlagwort, bevor nicht alles fest ist, ist gar nichts fest. Da kann sich noch eine Menge ändern. Eine Sache allerdings, die hat sogar schon im Bundestag jetzt passiert, zumindest glauben das viele Sozialdemokraten. Das geht um den Familiennachzug. Ja, also Menschen, die also hierher geflüchtet sind, kein richtiges Asyl bekommen haben, sondern hier erstmal quasi subsidiären Schutz genießen. Genau, also kein Flüchtlingsstatus, sondern nur subsidiären Schutz. Ja, auch mit der Perspektive, wenn das in Syrien zum Beispiel sich wieder beruhigt und da ihr wieder zurückkehren könnt und das sich befriedigt, dann müsst ihr bitte auch zurückkehren. 2075 oder so. Für diese Leute gab es lange das Recht, die Familienangehörigen nachzuholen, das wurde auf Pause gestellt und jetzt war die Frage, was soll damit passieren? Und jetzt hat heute, glaube ich, der Bundestag darüber abgestimmt schon? Gestern schon? Glaube ich gestern. Heute oder gestern haben die abgestimmt schon, weil eben dieses Moratorium auslief. Genau, das muss man sich überlegen. Der Regelfall ist Familiennachzug, ja. Und der ist eben für diese subsidiär Schutzberechtigten auf Pause gestellt worden. Und diese Pause wiederum läuft Ende März, glaube ich, aus. Mit anderen Worten, wenn jetzt nichts passieren würde, würde dieses normale Recht, die Familie nachzuholen, wieder aufleben. Ja, und deswegen stand vor allem die Union zeitlich so ein bisschen unter Druck, weil die da wiederum insbesondere die CSU darauf drängen, dass dieser Familiennachzug so restriktiv wie irgendwie möglich gehandhabt werden soll. Und jetzt kam halt als Ergebnis aus den Koalitionsverhandlungen, ja, wir haben uns geeinigt, der Familiennachzug wird geregelt, tausend Menschen pro Monat ab August plus eine Härtefallquote. So ein paar Härtefälle, ja, wie genau, weiß man nicht, was das sein soll, Härtefälle, also tausend plus. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist ja dann auch schon im Bundestag, das ist jetzt abgenägt worden. Und wir haben uns das mal genauer angeguckt. Ehrlich gesagt, müssen wir da ein paar Sozen enttäuschen. Das ist ehrlich gesagt total krass, wenn man sich da eben einfach mal die Drucksachen anguckt, die dem Bundestag zur Entscheidung vorgelegen haben. Wie gesagt, Familiennachzug weiter aussetzen, ja, aber tausend Leute und Härtefälle. Das war das, was in der Öffentlichkeit kommuniziert wurde. Und da gab es zunächst mal schon so eine gewisse Verwirrung, weil die SPD das eben so dargestellt hat in Botschaften. Ich glaube sogar eine Botschaft von Martin Schulz gab es per WhatsApp. Hast du dich da eigentlich angemeldet, Philipp, bei diesem WhatsApp? Egal. Jedenfalls hat die SPD so eine Art WhatsApp-Gruppe gescheitert. WhatsApp, weißt du, dieser Messenger, Philipp, weißt du, so mit Nachrichten schicken und so. Genau, und da kann man sich jetzt anmelden. Da haben sich angeblich schon 16.000 Leute angemeldet und die SPD hat ganz empört berichtet, da sind auch Journalisten dabei. Ja, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Und jedenfalls über diesen Kanal wurde neulich schon verkündet, ich meine es war Martin Schulz, will ich nicht hundertprozentig beschwören, dass eben Familiennachzug jetzt geregelt ist, tausend Leute können kommen und plus und tralala. Und das war ja eine ganz wichtige Forderung des Parteitags, ne? Ja, das ist genau. Ganz zentral, also ganz wichtig, das muss nachverhandelt werden, da muss noch mehr gehen und so. Ganz genau. Und die CSU schrieb schon dann in irgendwelchen Twitter-Nachrichten, parallel dazu, Familiennachzug wird abgeschafft. Und da dachten wir schon so, okay, kleine kognitive Dissonanz, das passt ja irgendwie nicht so ganz zusammen, das wird ja noch richtig spannend, dachten wir. Und dann haben wir mal die Bundestagsdrucksachen nachgelesen und da muss man schon ganz ehrlich sagen, wird einem heiß und kalt, denn in dieser Bundestagsdrucksache steht schlicht und angreifend drin, der Familiennachzug, der eben bislang… Also Bundestagsdrucksache, das ist das, was Sie jetzt verabschieden. Genau, das ist das, was zählt quasi, ne? Nicht die Pressemitteilung zählen, sondern das Gesetz, was dann wirklich auch in Kraft treten soll. Genau, und da steht eben drin, der Familiennachzug wird unbefristet ausgesetzt. Bislang war der eben ausgesetzt bis Ende März, jetzt wird er unbefristet ausgesetzt bis zu einer Neuregelung. Also quasi abgeschafft. Also abgeschafft, Punkt, abgeschafft. Und von den tausend Leuten steht gar nichts drin. Mit anderen Worten, die Union hat zunächst mal hundert Prozent ihrer Idealforderung durchgesetzt und die SPD hat dem zugestimmt im Bundestag und kann jetzt nur noch hoffen, dass die Koalitionsverhandlungen irgendwie zu einem Abschluss kommen, wo sie dann ihre tausend Leute plus Härtefälle doch noch kriegen. Das müssten Sie dann aber nochmal ändern. Genau, und dazu müsste ein neues Gesetz durch den Bundestag, denn das Gesetz, das bislang beschlossen ist, wie gesagt, die Drucksache haben wir hier mal, packen wir in den Shownotes, 19 439, da steht ausdrücklich drin, Familiennachzug wird unbefristet ausgesetzt. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für die Sozen, da fragt man sich, warum haben Sie dem zugestimmt? Also das muss man schon sagen, also man könnte jetzt Cetan Mordio schreien und sagen, Riesensauerei, die Sozen erzählen doch letztlich Lügengeschichten und haben einfach der Abschaffung zugestimmt. Das Argument, das auf Twitter zum Beispiel dann verkündet wurde von einigen führenden Sozialdemokraten war, das stimmt, der Familiennachzug ist abgeschafft, aber sonst hätte das die Union doch mit FDP und AfD gemacht. Ja, genau. Es gibt halt einfach eine Mehrheit im Bundestag gegen den Familiennachzug, sagen Sie, deswegen mussten wir ihn selber mit abschaffen. Das klingt logisch, also sozialdemologisch sozusagen. Also da fragt man sich doch, warum sagen die dann nicht, nee, wir halten das für Quatsch, wir wollen ihn nicht ganz abschaffen, wir wollen mindestens diese tausend Leute da drin stehen haben, die stehen nicht drin, also stimmen wir nicht zu. Und zwingen die Union mit der AfD das Ding einzutüten und können dann hinterher sagen, hey, wir haben mal Rückgrat gezeigt, wir halten das für falsch und die doofe Union hat mit der AfD das Ding eingetütet. Tja, Preisfrage, ich weiß nicht, was die geritten hat, ich hatte das auf Twitter auch kritisiert. Martin Schulz macht ja auch so Armer. Genau, ask Martin anything. Ask Martin anything, genau, sehr schön. Also ich muss gestehen, ich habe das taktisch nicht verstanden, vor allem habe ich nicht verstanden, wie gesagt, die Frist läuft Ende März aus, also mit anderen Worten, es eilt, aber es pressiert jetzt auch nicht. Ich habe nicht verstanden, wieso man da überhaupt schon jetzt irgendwas beschließt im Bundestag, bevor nicht die Koalitionsverhandlungen durch sind, denn das ist doch ehrlich gesagt der einzige Trumpf, den die SPD jetzt hatte. Also der einzige Punkt, wo insbesondere der CSU so richtig der Schuh drückte, war doch, dass dieser Familiennachzug beendet werden muss, so schnell wie irgendwie möglich oder jedenfalls so restriktiv wie möglich gehandhabt werden muss. Warum man jetzt quasi den Druck aus dem Kessel lässt, bevor es einen fertigen Koalitionsvertrag gibt, das muss man eigentlich sagen, das weiß nur noch der Martin. Ja, das vielleicht dazu, oder? Das vielleicht dazu, also jedenfalls, was aber jedenfalls angeblich die Einigung in den Koalitionsverhandlungen ist, 1000 pro Monat ab dem 1.8.2018, aber wie gesagt, ob das kommt, weiß der Himmel. Und diese Härtefallregel zum Beispiel ist, ehrlich gesagt, was da ja unter Plus verhandelt wird, diese Plus-Härtefallregel, die gab es eigentlich schon immer. Die gibt es schon, die gibt es nämlich heute schon. Das ist auch nicht neu, also da kann sich die SPD auch nicht hinstellen, die haben diese Härtefallregelung da reingezogen, die gibt es schon, die wird nur kaum genutzt. Ich habe gehört, im letzten Jahr 66 oder 67 Fälle, also mit anderen Worten, das macht den Speck jetzt auch nicht fett. Nur vielleicht ganz kurz noch zur Abrundung des Themas zweierlei, zum einen, warum ist das eigentlich relevant mit dem Familiennachzug, Philipp? Genau, das haben wir schon gesagt, also wir reden da so viel drüber irgendwie und es sind, ja, es sind 1000 Leute pro Monat, das sind 12.000 im Jahr, ist das jetzt so relevant, dass wir darüber reden müssen? Also sagen wir mal so, wir halten das ja im Einklang mit Christian Pfeiffer, diesem Kriminologen aus Niedersachsen, den wir vor ein paar Folgen ausführlich mal zu dem Thema hatten, halten wir das ja eigentlich für wichtig mit dem Familiennachzug. Denn, das ist ja letztlich Küchenpsychologie, alleinstehende junge Männer in irgendeiner Flüchtlingseinrichtung sind im Zweifel ein größeres Problem für die Integration und vielleicht auch für die Sicherheit als Familienväter. Und deswegen war so unser Gedanke, den wir eben von Christian Pfeiffer haben, von diesem Kriminologen, dass es im Sinne quasi der Kriminalitätsbekämpfung, aber auch im Sinne der Integration eigentlich die bessere Idee ist, wenn man zwar ein paar Leute mehr hat, die aber einfach besser zu integrieren. Aber das Gegenargument ist ja, wir wollen ja gar nicht integrieren, das sagt ja die CSU, das sind ja subsidiär Geschützte, das heißt, die sollen ja irgendwann auch mal wieder zurück und wenn die dann mit ihrer ganzen Sippschaft hier sitzen, die gehen ja nie wieder weg. Das ist eine reale Gefahr, das Problem ist bloß, da muss man glaube ich unterscheiden zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass in Syrien oder in Afghanistan in nächster Zeit Frieden herrscht, sodass man diese in Anführungsstrichen nur subsidiär Geschützten tatsächlich wieder zurückschicken kann, diese Wahrscheinlichkeit ist vergleichsweise gering. Aber das ist so ein Problem, das sich generell durch das Aufenthaltsrecht, also das sogenannte Ausländerrecht zieht, dass dieses Prinzip immer hochgehalten wird, die Leute sollen um Gottes Willen nicht integriert werden, weil sie ja möglicherweise nochmal zurück müssen. Deswegen bekommen ja viele Leute auch keine Arbeitserlaubnis und kommen dann zu einem bestimmten Prozentsatz auf dumme Gedanken, weil sie halt kein Geld haben. Das ist immer dasselbe Problem, man will Integration vermeiden, weil Integration im Falle einer Aus... Ja, ohne Witz, das ist sogar offiziell die Doktrin. Man will bei vielen Gruppen Integration gerade vermeiden, weil man sich sagt, dann werden wir die nicht mehr los, wenn sie irgendwann mal ausreisen müssen. Verlieht dabei aber völlig aus dem Blick, dass die Leute sowieso Jahre oder Jahrzehnte lang nicht ausreisen und dann eben schlecht integriert hier im Land sitzen. Also ich weiß nicht, das Prinzip der CSU ist ja im Prinzip richtig, wenn man sagt, die Leute sollen irgendwann wieder ausreisen müssen, nur wenn man sich mal die Realität anguckt, passiert das halt eh nicht. Und dann würde ich mal sagen, pragmatisch vielleicht, aber auch so ein bisschen gebranntes Kind aus meiner Erfahrung als Strafrichter, dein Moabit, verdammte Tat. Das Wichtigste ist doch, dass die Leute, die hier jetzt leben, nicht auf dumme Gedanken kommen und idealerweise noch ein bisschen was zu unserer Gesellschaft beitragen. Also lasst sie arbeiten und lasst sie in ihrer Familie leben. Du hast mit deiner GFF, der Gesellschaft für Freiheitsrechte und einigen anderen Organisationen, Reporter ohne Grenzen, Deutscher Journalistenverband etc. diese Woche eine Pressekonferenz abgehalten, weil ihr ein Verfahren angestrengt habt. Jo, das muss ich sagen, ist ein sehr, sehr schöner Moment gewesen. Am Dienstagmorgen, ganz früh, weil ich auch irgendwann wieder arbeiten musste, haben wir eine Pressekonferenz gegeben mit einer ganzen großen Gruppe. Also die GFF mit diesen Journalistenverbänden zusammen, weil wir gemeinsam eine Verfassungsbeschwerde erarbeitet haben gegen das neue BND-Gesetz. Das war in der Lage auch schon viel Thema, ganz ausführlich im Oktober 2016, als das im Bundestag zur Beratung anstand. Ganz kurz zusammengefasst geht es um eine Erlaubnis des BND zur Internet-Massenüberwachung. Also man kennt das ja vielleicht von Edward Snowden, dass die NSA den Internetverkehr oder auch der britische Geheimnis GCHQ, dass die versuchen, den Internetverkehr auf der ganzen Welt, soweit es irgendwie geht, mitzuschneiden und dann zu durchsuchen nach irgendwelchen Suchbegriffen. Und wie das eben so ist, da will dann auch der BND nicht hinterher sein und will das auch dürfen. Wenn das die Großen dürfen, dann wollen sie auch mit in den Sandkasten hinein und deswegen haben sie die Große Koalition bequatscht, in der letzten Legislaturperiode das BND-Gesetz zu novellieren. Und jetzt steht da auch für den BND eine Erlaubnis drin, sämtliche Internetleitungen auf der Welt anzuzapfen. Das muss dann auch kein Richter anordnen, sondern das ordnet einfach das Kanzleramt an und dann gibt es so ein Dreiergremium in Karlsruhe, die das im Nachhinein teilweise prüfen können. Aber jedenfalls im Prinzip könnte jede Internetleitung weltweit anzapfen und das Interessante dabei ist, dass das keine gezielten Maßnahmen sind. Also im Strafverfahren gibt es ja auch Telefonüberwachung gegen bestimmte Beschuldigte. Das finde ich rechtsstaatlich im Prinzip völlig in Ordnung. Hier aber sind wir alle betroffen, weil einfach der gesamte Datenverkehr zunächst mal mitgeschnitten wird und dann wird er mit so Suchbegriffen gefiltert. Da bei den Suchbegriffen dürfen eigentlich keine Deutschen drin sein, also man könnte jetzt schlecht nach philipp.banse.de suchen. Das hast du aber eh nicht. Du hast philipp.banse.org und bei banse.org… Vielen Dank, dass du das hier auch mal erzählst. Aber war das jetzt irgendwie secret? Nein, ist okay. Nein, ist okay. Nein, philipp.banse.org, also… Genau, wenn noch jemand eine Spam-Mailt… Ja, wenn noch jemand eine Spam-Mailt… Ist schon okay. Vielleicht möchte Philipp ja noch… Dann klicke ich mir eine andere Seite. Medikamentik… Ist schon okay. Klicke ich mir eine andere Seite. Ist passt schon. Aber das Beispiel ist doch schön, Philipp. Weißt du, wenn du philipp.banse.de hättest… Gute Abwägung, ne? Gute Abwägung. Sorry, man. Ach, Leute, das ist ja egal. Habt ihr ein gutes Teore, schönes Beispiel, anschaulich. Passt schon. Passt schon. Du kannst ja revanchieren. Wenn man zum Beispiel über Kreuzberger Wohnungen und so… Ist schon okay. Also jedem… Bin ich nahtragend. Philipp.banse.de. Ja, da wüsste man ja noch, okay, deutsche E-Mail ist vielleicht nicht so ein super Suchbegriff, aber philipp.banse.org sieht nicht deutsch aus, dürfte der BND nach filtern. Mit anderen Worten, diese Filtertechniken sind total Banane. Und das ist also aus meiner Sicht eine ganz gravierende Einschränkung des Fernmeldegeheimnisses. Theoretisch gibt es ja sowas wie ein Fernmeldegeheimnis. Dass man kommunizieren darf, ohne dass man in dem Bewusstsein, dass es geheim ist. Ja, dass man halt einfach nicht irgendwelche Leitungen anzapfen darf. Und dieses Grundrecht gilt für den BND einfach nicht mehr. Es gibt da theoretisch bestimmte Hürden. In der Praxis sind die aber totale Gummiparagrafen, sodass im Ergebnis der BND schnipseln kann, was er will. Und das finde ich nicht okay. Und Gott sei Dank finden das auch viele andere Menschen nicht in Ordnung. Und so haben wir uns zusammengetan. Und wir haben uns überlegt, an wessen Beispiel könnte man das Problem mal greifbar machen. Das ist ja immer der Witz, wenn man eine Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz erhebt, dann muss man die sogenannte Betroffenheit darlegen. Also man braucht dann Menschen, die sagen können, dieses Gesetz gilt zwar für alle, gilt für die ganze Welt, aber ich bin spezifisch betroffen von diesem Gesetz. Selbst unmittelbar und gegenwärtig betroffen. Und da haben wir mit Reporter ohne Grenzen und anderen Organisationen zusammengearbeitet. Und die wiederum haben Journalistinnen und Journalisten gefunden, die im Ausland arbeiten, aber viele international kommunizieren. Und wo es also sehr wahrscheinlich ist, dass der BND deren Kommunikation mitschneidet. Und es turns out, eine dieser Journalistinnen kennst du sogar, Philipp, ne? Ist das so? Ja. Khadija Ismailova. Khadija Ismailova. Ja. Ja, die kenne ich. Guck, erzähl mal. Genau, die habe ich nämlich auf einer dieser Reisen da kennengelernt. Ich war in Aserbaidschan zwei Monate. Und mit der, da bin ich jetzt so aufgeschlagen, wollte eigentlich ein Praktikum machen. Und die war in dieser Zeitung, hat die gearbeitet. Und das ist tatsächlich so, mit der war ich dann so ein bisschen durchs Land gereist. Und die ist eine echt richtig taffe Frau. Die hat da für sehr, sehr, sehr viel Ärger gesorgt. Das ist ja so eine Öl-Kleptokraten-Dynastie da in Aserbaidschan. Und die ist denen auf die Füße getreten am laufenden Band. Aber Journalistin. Aber Journalistin. Ja, ja, die hat da recherchiert und publiziert und völlig furchtlos und so. Und wie gesagt, ich kenne die eigentlich ganz gut und war auch ganz gut befreundet. Und irgendwann saß sie halt im Gefängnis wegen dieser Nummern. Fast. So, die haben sie einfach eingeknastet für doch einen längeren Zeitraum. Und das glaube ich sehr, sehr gerne. Also für sie ist tatsächlich so ein Beispiel, wo ich sofort glaube, dass ein Staat wie Aserbaidschan in dem Fall, wirklich, weil es da auch wirklich nicht viele von gibt. Also in Aserbaidschan, weiß ich nicht, ich kenne nur sie, aber vielleicht gibt es noch drei andere oder so, wenn überhaupt, die so arbeiten und die dieses Regime so unter Druck setzen. Und das glaube ich sofort, dass dieses Regime alles, was es hat, da drauf wirft, um solche Menschen zu überwachen. Ja, Stichwort alles, was es hat. Vielleicht hat das zum Beispiel gute Beziehungen zum BND. Denn der Witz ist, dass nach dem BND-Gesetz auch Weitergabe von Daten zwischen Geheimdiensten erlaubt ist. Da muss dann irgendwie so ein Vertrag geschlossen werden. Ihr setzt das ja nur in rechtsstaatlicher Weise ein. Nö, klar, macht ihr nur. Danke. Und schon können die Daten weitergeleitet werden. Mit anderen Worten, das ist alles schon einigermaßen shady, was der BND da machen darf. Deswegen haben wir dagegen geklagt. Vor allem wegen solcher Effekte, wie du sie beschrieben hast. Journalisten werden eingesperrt. Und das hat natürlich Vorwirkungen. Du musst die Leute vielleicht gar nicht einsperren. Sie wissen, dass sie überwacht werden, also machen sie nichts. Genau. Für jeden, den du einsperrst, gibt es zehn andere, die Angst haben, sie könnten eingesperrt werden. Und natürlich gilt es auch für die Quellen. Das ist so ein Punkt, auf den wir vor allem hingewiesen haben, weil es ja um Kommunikation geht. Das heißt, die Journalisten kriegen natürlich auch Probleme in ihrer Arbeit, wenn Menschen, die irgendwelche Schweinereien gerne mal berichten wollen, sich nicht mehr trauen, weil sie sagen, meine Güte, vielleicht wandere ich auch ins Gefängnis, wenn ich über diese Schweinereien rede. Kurz und gut, wir glauben, diese Internet-Massenüberwachung ist ein falscher Weg. Natürlich muss man irgendwie Gefahren unserer Zeit bekämpfen, aber das muss man rechtsstaatlich machen. Und deswegen denkt die GFF und ihre Partner, wir denken, wir sollen lieber Verdächtige gezielt überwachen. Da geht ja auch niemandem an was. Also wenn du einen Verdächtigen hast, der irgendwie verlässlich verdächtig ist, dann kannst du den natürlich gezielt überwachen. Ja klar, also da habe ich rechtsstaatlich keine Bedenken. Natürlich muss es möglich sein, Menschen, die eben spezifisch gefährlich sind oder verdächtig an einer gravierenden Straftat, deren Kommunikation zu überwachen. Das ist ehrlich gesagt unstrittig. Das Problem ist halt einfach diese Massenüberwachung, die sich gegen jeden richtet. Gut, was sollte man stattdessen machen? Gezielte Überwachung. Und jetzt mal, um das etwas bildhaft zu formulieren, wir haben doch ohnehin schon Riesenprobleme, die Gefährder, die wir kennen, Stichwort Anis Amri, vernünftig im Blick zu behalten. Wir schaffen es ja nicht mal, diese 500 oder 800, wie viele immer das sind, vernünftig zu überwachen. Warum müssen wir eigentlich den Heuhaufen von Daten noch größer machen, wenn wir schon den bekannten Heuhaufen nicht effektiv durchsuchen können? Kurz und gut, kleiner Veranstaltungstipp. Der eine oder andere von euch kennt vielleicht die Stiftung Neue Verantwortung. Das ist so ein Berliner Think Tank, wie man neudeutsch sagt und am 14. Februar bin ich da abends zu Gast und unterhalte mich mit einem Vertreter des BND. Wir wissen noch nicht genau, wer da kommt. Bislang haben sie sich nicht getraut, jemanden zu benennen. Aber wir schauen mal. Also wahrscheinlich mit einem Vertreter des BND über diese Verfassungsbeschwerde am 14.02. Abends könnt ihr, wenn ihr Lust habt, euch anmelden auf stiftung-nv.de. Stiftung-nv.de. Packen wir in die Show Notes. Ja, so viel da. Genau, nächstes Ding, ist, ging natürlich auch ein großer, großer Aufreger, ja, Menschenversuche bei VW. Jo, kann man, Philipp. Kann man mit giftigen Gasen. Aber ich meine, nimm mal so, also du hast, du hast echt Scheiße am Fuß, ja, du hast da eine riesen Betrugsgeschichte am Hacken, alle hassen dich, alle finden dich doof, du möchtest an deinem Image polieren, und kommst auf die Idee, Menschen in eine Labor zu setzen und mit ihnen Gastests auszuführen. Oder, besser noch, du hast süße kleine Äffchen, ja, die ganz traurig in ihren Zeichentrickfilm gucken und dann vergaßt du sie. Nicht geil. Dass da niemand auf die Idee kommt und sich fragt, ob das eine gute Idee ist. Also allein so PR-mäßig. Sollte ja auch dazu dienen, das irgendwie alles so ein bisschen zu entschärfen und dieses Stickstoffdioxid, das ist doch alles, alles nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. Gut, okay, die Äffchen sind tot, aber es ist alles nicht so schlimm mit dem Stickstoffdioxid. Ich weiß nicht, wir wissen nicht, ob sie tot sind. Nein, die Äffchen haben es überlebt. Also diesen Test. Das können wir natürlich, das können wir natürlich nicht unkommentiert lassen. Also was ist genau da passiert, also es gibt zwei Fälle, in denen die Automobilindustrie, VW und Automobilindustrie in dem anderen Fall, versucht haben nachzuweisen, dass Stickstoffdioxid doch nicht so gefährlich ist, wie alle immer behaupten. Ja, das eine Versuch, der hat in den USA stattgefunden. Der andere Versuch hat 2013, 2014 in Aachen stattgefunden, an der Rheinland-Verschein-Technischen Hochschule. Und da waren halt 25 Menschen, gesund, freiwillig bezahlt, haben sich in ein Labor gesetzt. Da wurde nicht einfach wahllos Gas reingeschwimmt, sondern die haben halt Stickstoffdioxid in unschädlichen, ungefährlichen Dosen inhaliert. Und es gab wohl keine Gesundheitsgefährdung. Es war auch nicht zu erwarten, dass es da große Gesundheitsgefährdungen gab. Der Ethikrat der Uni hat dieses Experiment durchgewunken und akzeptiert. Das Problem war, dass dieser Versuch und diese Studie, in der es offiziell um Arbeitsplatzsicherheit, glaube ich, ging, beauftragt wurde von der EUGT, also einem Verein. Das ist ein Verein, der von der Autoindustrie, also VW, Daimler, Bosch und BMW, gegründet wurde, um sozusagen, ja, die Wissenschaft und so ein bisschen nach vorne zu bringen. Letztlich ging es einfach darum, Gefahren aus der Autoindustrie reinzuwaschen, speziell wie runterzuspielen, dass Stickstoffdioxid ein wichtiger Anteil an Dieselabgasen irgendwie gefährlich ist. Und da saßen, das war nicht irgendwie nur so ein Verein, sondern da saßen halt Manager drin im Vorstand und der wurde dann 2016 ausgelöst. Also jetzt mal ganz kurz um das zu mal einzuhören. Das ist aber schon ganz gezielt gegründet worden, so als Whitewashing-Verein, oder? Ja, genau. Das ist so ganz klassisch, glaube ich, Astro-Turfing, weiß ich nicht, ob man das so nennt, weil bei Astro-Turfing immer verschleiert wird, wer da eigentlich drin sitzt. Das war ja schon klar, ne? Aber das war schon klar, wer genau hingucken konnte, konnte schon sehen, wer den Verein gegründet hat und welche Automanager da in dem Vorstand sitzen und so. So, die haben das halt beauftragt und da kann man natürlich jetzt mehrere Sachen zu sagen. Also erstmal wurden Konsequenzen gezogen, also die Politik hat sich wahnsinnig aufgeregt. VW, BMW haben alle sofort gesagt, geht gar nicht und diese Tests und wer konnte nur. Und die haben jetzt quasi so zwei Bauernopfer da in den Brunnen geworfen. Das eine ist Udo Hartmann, der war Leiter Umweltschutz für Daimler. So, der ist weg und Michael Steg ist weg. Der war mal stellvertretender Regierungssprecher in Berlin und war dann irgendwie so drehtürmäßig so schön dann zu VW gewechselt. Schön weich gefahren. Ja, und dann zu VW gewechselt und war da halt zuständig für Regierungsverbindungen. Vielleicht findet sich ja jetzt ein schöner Job in Berlin. Also oberster Lobbyist. Ja. Vielleicht dreht die Tür sich dann wieder zurück und so und er sitzt dann wieder in der Behörde. Weiß ich nicht. Jedenfalls, die beiden sind gegangen und mir scheint, damit ist das Ding durch. Also sowohl öffentlich als auch für alle anderen. Denn das Interessante ist ja, dass man sich eben wahnsinnig aufgeregt hat über diese Experimente, weil die halt so merkwürdig aussahen. Also wir haben ja das böse Wort Gas kann man jetzt bewusst vermieden, weil das ja eben so verbrannt ist. Aber in der Diskussion wurde das immer so dargestellt, dass das Problem an diesen Experimenten ist, dass irgendwelche Lebewesen in Kammern gesteckt werden und man dann Gase reinleitet. Und ich meine klar, das weckt ganz merkwürdige Assoziationen, aber in diesem Fall muss man sehen, gut, bei den Äffchen ist es schwierig, aber die Menschen waren ja immerhin freiwillig dabei und ihnen ist nichts passiert. Also ich glaube ganz ehrlich, da wird ganz bewusst ein Scheinproblem aufgebaut. Klar, es sieht komisch aus, aber es ist eigentlich nicht verwerflich, dass man diese Versuche durchgeführt hat. Und dass sich darüber die Politik jetzt so wahnsinnig aufregt, das scheint mir doch vom eigentlichen Problem abzulenken. Ja, das ist halt der Punkt, den wir hier machen wollten, dass man riecht sich über diese Tests auf und ja, es ist nicht besonders glücklich und ja und hier und da, da reden wir gleich aus wissenschaftlich-ethischer Sicht nochmal kurz drüber, aber dass die Politik sich jetzt hinstellt und sagt, wie könnt ihr das nur machen, das finde ich geht auf keine Kuhhaut. Erstens war am 8. September 2016 im Untersuchungsausschuss genau der Vorstand aus diesem Verein und hat gesagt, ja, wir machen da übrigens auch so Versuche mit Menschen und Tieren, hat keine Sau interessiert. Ja, war im Untersuchungsausschuss hier Diesel-Affäre, hatte zu Protokoll gegeben, hat keinen interessiert. Das viel größere Problem ist aber, dass das eigentliche Problem mit diesem Stickstoffdioxid niemand angeht. Ja, die EU moniert seit Jahren, dass in allen deutschen oder in vielen deutschen Kommunen diese Grenzwerte überschritten werden. Wir haben quasi einen letztlich Großversuch in deutschen Städten, ja, mit diesen Diesel-Autos. Die EU sagt, 28.500 vorzeitige Todesfälle wegen Stickstoffdioxid und davon 11.400 in Folge nicht eingehaltene Abgasgrenzwerte. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Ich weiß nicht genau, wie die das messen, aber es sind Tausende. Ja, das sind halt Projektionen, was eben schädlich ist und was wie schädlich ist und so, aber das muss man sich überlegen. Es geht eigentlich nicht um die 25 Menschen, die freiwillig an diesem Test teilgenommen haben. Das eigentliche Problem ist, dass wir im Grunde in Massenversuch mit allen Menschen, die in deutschen Städten leben, durchstellen. Und keiner macht was. Und keiner macht was. Wir haben die Autos, die millionenfach rumfahren mit irgendwelchen Betrugssoftwaren, wo keiner hingeht und sagt, ihr müsst das nachrüsten, weil das Milliarden kostet. Stattdessen machen sie so einen Nebenkriegsschauplatz auf, diesen Dieselfonds, wo dann irgendwelche Elektrobusse gekauft werden und Verkehrsleitsysteme, die dann irgendwie die Stickstoffdioxidbelastung in den Städten senken sollen, wo man denkt, was werft ihr da für Geld drauf? Das kann man sicherlich machen, aber der Städtetag sagt, damit mit ein paar Fahrradwegen werden wir dieses Problem nicht in den Griff kriegen, sondern du musst die Autos umrüsten, damit sie die Grenzwerte einhalten. Genau, und nicht nur die Software. Nicht nur die Software. Das Ding ist halt, was die Autohersteller ja versuchen, ist da so ein bisschen an der Software rumzumachen. Das bringt aber eben nicht die Einsparung bei den Abgaswerten, die wir eigentlich bräuchten. Genau, und Dobrindt natürlich vorneweg verhindert wirklich, dass die EU die Prüfungen verschärft 2017. Er hat diese blaue Plakette abgewehrt, wonach halt irgendwie, die halt auf Ausdruck geklebt werden müsste, die halt in Städte rein dürfen, wo dann irgendwie ganz viele halt eben nicht mehr rein dürfen. Gerichte haben gesagt, ihr könnt Fahrverbote verhängen, hat keine Kommune bisher gemacht. Also ich finde, darüber kann man sich aufregen, dass die Politik an dem Kernproblem aus Angst vor der Autoindustrie nichts macht. Und das muss man ganz ehrlich sagen, das ist wirklich ein echter Skandal, denn da kommen eben wirklich Menschen zu Schaden und nicht nur 25, die werden irgendwie freiwillig in die Kammer gesetzt, sondern 11.000 Leute werden möglicherweise sterben, weil das nicht passiert. Und da muss man ganz ehrlich sagen, also in Berlin hat ja Margarete Koppers so ein bisschen Stress gegen die derzeitig noch Polizei-Vizepräsidentin, weil sie angeblich nicht genügend dagegen getan hat, dass irgendwie in Polizeischießständen irgendwelche giftigen Gase rumwehen. Ja, da soll sie sich nicht genügend um gekümmert haben, deswegen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen sie und mal ganz ehrlich, klar, das tut mir sehr leid für die Polizeibeamten, die da von ihrem Dienstherrn möglicherweise nicht genügend geschützt worden sind, aber eine ganz andere Dimension hat das das hier und wer ermittelt, also ich sehe noch keine Staatsanwaltschaft, die jetzt zum Beispiel gegen den zuständigen Minister mal Ermittlungen einleitet. Am Ministerminister nicht, aber ich würde sagen, ich finde, die Münchner machen einen relativ guten Job. Also diese Münchner haben ja jetzt Audi durchsucht, weißt du, die haben... Aber das geht aber immer um die Betrügerei. Es geht nicht um die Abgase. Nee, das nicht. Das nicht. Und die Tatsache, dass also weiter diese Stinker durch die Gegend fahren und die Politik nichts macht, scheint bislang, soweit wir das wissen, es kann ja immer Geheimermittlungen geben, aber scheint bislang die Strafverfolgungsbehörden nicht zu interessieren und das finde ich persönlich, also wenn man mal diesen Vergleich zieht, wie es Margarete Koppers ergeht, wegen eines vergleichsweise windigen Vorwurfs und auf der anderen Seite bei klar nachgewiesenen Überschreitungen von Grenzwerten passiert gar nichts. Wie gesagt, ich will das nicht strafrechtlich einordnen, weil ich dazu natürlich die Details dann wiederum doch nicht genau genug kenne, aber aus meiner Sicht ist das ausgesprochen fragwürdig, dass da bislang gar nichts passiert. Man muss aber auch sagen, dass die Verbraucher nicht besonders sensitiv auf diese Betrügereien reagieren. Also VW hat 2017 11 Millionen Autos verkauft, trotz Diesel-Affäre 4 Prozent mehr als im Vorjahr. Also so richtig nach Sanktionen der Verbraucher sieht das nicht aus. BMW, Daimler, siebtes Jahr in Folge mit Rekordabsatz in diesem Jahr. Also was ich bei der Gelegenheit schon interessant finde, ist, dass der einzige Weg, der ja gegen dieses unglaubliche Beharrungsvermögen der Politik noch irgendwie Wirkung zeigt, tatsächlich der Weg zum Gericht ist. Also die Klagen, insbesondere, wie heißt nochmal diese NGO? Deutsche Umwelthilfe. Der Deutschen Umwelthilfe zusammen mit unter anderem einem Anwalt, mit dem auch die GFF zusammenarbeitet, Remo Klinger, der ist ja ganz heiß. Das sind so die Verfahren, die tatsächlich möglicherweise was bringen. Denn wenn tatsächlich Städte verurteilt werden von Gerichten, Fahrverbote zu verhängen, dann müssen sie ja irgendwann. Und da steht jetzt im Februar steht halt das Ding an, das Urteil. Das vielleicht nochmal so, wenn man nochmal einen Schritt zurücktritt, ist das doch wirklich sehr interessant, weil es nämlich, wenn man es ein bisschen abstrahiert, hier ganz genauso liegt wie im Sicherheitsbereich. Das Einzige, was im Bereich von vermeintlichen Sicherheitsgesetzen noch hilft, sind Klagen zum Bundesverfassungsgericht. Genauso ist es hier. Das Einzige, was wirklich möglicherweise, wir wissen ja noch nicht, wie es ausgeht, für bessere Luftqualität sorgen wird, sind Urteile von Gerichten. Und deswegen ist aus meiner Sicht, da bin ich natürlich jetzt auch ein Stück weit GFF-Vorsitzender, ist strategische Prozessführung so wichtig. Wir brauchen halt einfach Organisationen, wie zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe oder eben die GFF, die zu Gericht gehen und sagen, das ist nicht okay, was ihr da macht. Liebe Politik, ihr mögt ja demokratisch legitimiert sein, aber es ist trotzdem rechtswidrig. Und ich hatte ja immer angekündigt, das ging mir dann so ein bisschen durch den Kopf. Also erstmal ist zu sehen, also das war auch nochmal so ein Punkt, den ich machen wollte, die Leute zu sensibilisieren, ihr hört Affen sterben im Gas, ihr hört Leute werden in Kammer gesperrt und werden Gasversuche gemacht. Ja, man kann sich da sofort wahnsinnig drüber aufregen und das fühlt sich wahnsinnig gut an, weil es genau in das passt, was man immer schon wusste, dass die Autoindustrie nämlich ein Haufen von Arschlöchern ist und die schauen von nichts zurück und jetzt stecken sie auch noch Affen in Gaskammern, so habe ich ja gleich gewusst, bam, drauf. Aber da einmal innezuhalten und zu sagen, ist das wirklich das Kernproblem? Ist das überhaupt das große Problem? Ist das wirklich das Problem oder lenkt das nicht von irgendwas ab oder regen wir uns nicht hier über irgendwas auf, was wirklich nicht so zentral ist? Oder vielleicht auch gar nicht zentral. Oder gar nicht zentral. Und der zweite Punkt, der mir da in dieser Woche so auffiel, ist, dachte ich so, Aachen, Hochschule, RWTH, wie kommen die auf die Idee, für so eine Lobby-Truppe eine Studie zu machen? Wo offensichtlich ist, was rauskommen muss, wofür sie da bezahlt werden. Wo überhaupt kein Geheimnis darin bestehen kann, was das Interesse dieses Vereins ist, wenn die da hinkommen und sagen, untersuch mal Stickstoffdioxid. Zumal das wissenschaftlich echt extrem zweifelhaft ist. Ich meine, N gleich 25. Was soll dabei rauskommen? Ja, und vor allem keine Langzeitstudien. Ja, das hat auch so eine Toxikologin aus München hat das auch gesagt. Also letztlich, N gleich 25, ja, das ist netter Praktikums, so netter Studietest oder so. Aber wir machen Kohortenstudien mit hunderten, tausenden von Leuten. Das kann man alles untersuchen, aber das ist nicht wissenschaftlich interessant. Und da war die Frage, und das wollten wir auch noch mal machen, weil auch die junge Wissenschaftler zuhören, wie geht man da eigentlich ran? Wenn du Wissenschaftler bist und bist an einer staatlich finanzierten Hochschule, du kriegst das Steuergeld und du bist eigentlich der unabhängigen Forschung verpflichtet, ja? Wissenschaftsfreiheit, das hat ja einen richtigen Hintergrund, ja. Und dann weißt du aber, ja, natürlich ist das Idealbild, dass die Hochschulen durchfinanziert sein sollten, dass du als Forscher, Forscherin, dir ein Thema suchen solltest und du solltest forschen können und du solltest vom Steuergeld komplett dafür bezahlt sein. Das soll man nicht aufgeben, dieses Ideal, aber das ist nicht so in der Realität, sondern die Hochschulen, denen fehlt Geld, also nehmen die Drittmittel. Da kommen halt irgendwie Firmen und sagen, hier, wir würden gerne forschen, wir geben euch ein bisschen Geld, wollt ihr nicht. Das muss nicht schlecht sein immer, weil natürlich auch frischer Input kommt, frische Ideen vielleicht reinkommen, etc. Frische, vielleicht praxisnähere Ansätze, aber es birgt natürlich die Gefahr, dass die Forschung nicht mehr frei ist, sondern dass halt steuerfinanzierte Forscher auf einmal, wie in diesem Fall, letztlich PR-Arbeit machen für die Audionist. Anders kann man es nicht bezeichnen. Und da habe ich mich dann gefragt und da habe ich auch einen Freund angerufen, der im Ethikrat sitzt und auch so beruflich quasi medizinische Menschenversuche, die es ja jeden Tag gibt und völlig zu Recht, weil eben Medikamente überprüft werden müssen, der die bewertet und wir haben es mit ihm so ein bisschen durchzukauen. Wie geht man denn daran? Wie beurteilst du denn, ob ein Drittmittelding, ein Antrag an dich legitim ist oder nicht? Und dabei kam halt raus, so, dass du sagen kannst, okay, eigentlich wollen wir unabhängig sein, sind wir nicht. Okay, da kommt jemand, der offensichtlich ein Interesse hat. Sei es eine Firma, sei es ein Verein, die haben offensichtlich ein Interesse, was dabei rauskommen soll. Kann man das machen? Und man kann es machen, wenn die Forscher sicherstellen, dass die Forschung, die sie betreiben, ergebnisoffen ist. Das heißt, sie müssen ein Studiendesign entwerfen, wo alles rauskommen kann. Und es muss vorher an dem Design schon erkennend sein, dass dabei alles, alle Ergebnisse rauskommen können und nicht nur das, was gerne dieser Auftraggeber hätte. Sie müssen dafür sorgen, dass die Daten, die bei dieser Forschung entfallen, bei der Uni bleiben. Die müssen dafür sorgen, dass die Uni und die Forscher entscheiden, wann wird was veröffentlicht, was wird veröffentlicht und sie müssen sicherstellen, dass der Auftraggeber kein Vetorecht hat und sagen kann, ja, noch nicht oder lieber das nicht, sondern nur das und es müssen alle Ergebnisse veröffentlicht werden, auch wenn dabei rauskommt, etwas anderes, als die Auftraggeber sich eigentlich erhofft haben. Und wenn das gewährleistet ist, dann kann man darüber nachdenken. Plus, die Hochschule darf nur zu einem gewissen Prozentsatz von Drittmitteln abhängig sein. Es ist ein riesen Unterschied zu sein, wenn ich sage, ich habe 10 Prozent meiner Mittel kommen von irgendwelchen Auftraggebern, dann kann es mir im Zweifel egal sein, ob die nicht wiederkommen, weil ihnen die Studie nicht passt. Wenn aber die Drittmittel 80 Prozent der Finanzierung ausmachen, sieht das ganz anders aus und du bist auf einmal abhängig. Also das war so Sachen, da weiß man jetzt nicht, was in Aachen passiert ist, da würde ich sagen, das war wissenschaftlich mindestens fragwürdig. Also ich weiß nicht, ich müsste mal mit denen reden, ob die das jetzt so, was die sich davon erhofft haben, da 25 Leute zu testen, was soll dabei rauskommen? Ja, dass dann nicht einer direkt tot umfällt, ist ja irgendwie auch klar, es geht ja um die Langzeiteffekte. Aber gut. Aber das fand ich zumindest, also mindestens leichtsinnig und unnötig, seine Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen, wegen, was haben die da bezahlt, 70.000, 80.000 Euro oder so. Ja, aber das ist dann durch das Kernproblem, dass eben Forschung an Hochschulen heute, je nach Fachgebiet so ein bisschen unterschiedlich, aber eben sehr, sehr, sehr häufig von Drittmitteln abhängig ist. Und deswegen würde mich mal interessieren, weiß ich nicht, nicht, ob du das beantworten kannst, Philipp, diese Anforderungen, die du gerade gestellt hast oder die du gerade genannt hast, sind die denn in irgendeiner Weise normiert oder ist das mehr so eine Art nice to have? Nein, also nach dem, was ich jetzt so gehört habe aus meinen Gesprächen, ist das so, dass es sich offensichtlich, also du schließt ja mit den Auftraggebern Verträge und die Uni und dann guckt der Ethikrat drauf. Wie bei jeder Drittmittelforschung. Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Oder ist der hier nicht nur ins Spiel gekommen, weil es um Versuchungen mit Menschen ging? Wahrscheinlich, das weiß ich nicht. Oder mit Tieren, ja. Aber das, was mir zwei Leute erzählt haben, ist, dass dieses Argument und dieser Faktor, uns gehören die Daten, wir entscheiden darüber, wann wir und was wir veröffentlichen, dass das langsam wichtiger wird. Das ist noch nicht Status Quo, so nach meiner Information, aber es frisst sich so langsam ins Bewusstsein, dass das einfach total zentral ist. Ja, denn mal ganz ehrlich, um das dahinterstehende Problem vielleicht nochmal deutlich zu machen, Wissenschaft soll ja eigentlich neutralen Erkenntnisgewinn erreichen. Das ist der Sinn und Zweck von Wissenschaft. Deswegen haben wir überhaupt Universitäten. Deswegen gibt es sowas wie eine Forschungsfreiheit und Freiheit der Lehre an den Universitäten, weil die Menschen, die dort forschen und lehren, eben gerade nicht abhängig sein sollen von irgendwelchen äußeren Einflüssen. Die sollen halt, wenn sie einmal ihren Job haben, deswegen sind sie ja auch Beamte, dann sollen die eben frei entscheiden können, was der Forschung ist. Professoren, ja klar. Gut, aber es forschen ja noch mehr. Aber einige sind Beamte. Ja, also jedenfalls, die Hochschullehrer sind praktisch alle Beamte bis heute. Es mag Ausnahmen geben in einzelnen Ländern, aber im Prinzip ist das nach wie vor früher C-Besoldung, jetzt W-Besoldung, W wie weniger. Aber immerhin, sie sind im Prinzip immer noch Beamte. Und dieser Beamtenstatus und diese grundgesetzlich garantierten Freiheiten haben eben gerade den Sinn, dass diese Menschen frei entscheiden sollen, was dient dem Fortschritt. Und möglicherweise dient es ja auch dem wissenschaftlichen Fortschritt, bestimmte Verfahren kritisch zu betrachten oder gar endgültig in Zweifel zu ziehen, die wirtschaftlich gerade total erfolgreich sind. Ja, denken wir an Asbest, war jahrzehntelang ein Stoff, der ganz breit eingesetzt wurde. Dann kamen irgendwann Menschen auf den Gedanken, mal zu erforschen, ob das nicht möglicherweise Lungenkreuz produziert ist. Mit anderen Worten, die Freiheit der Wissenschaft ist aus meiner Sicht ein ganz zentraler Baustein auch unserer Wissenschaftslandschaft. Und Drittmittelforschung unterminiert diese Freiheit. Was ist von der Forschungsfreiheit noch über, wenn du zwar theoretisch dein Forschungsdesign frei anlegen kannst, grundgesetzlich garantiert, aber leider keinen Cent mehr auf der Tasche hast als Forscher, sondern davon abhängig bist, dass Konzern XYZ dir diese Studie bezahlt. Und das halte ich für ein ganz großes Problem. Das ist total eingerissen. Also das habe ich selber auch schon im Freundeskreis mit verschiedenen Forschern diskutiert. Das ist total eingerissen, dass man eben nur noch das beforschen kann, was Universitäten spannend finden. Und da gibt es... Auftraggeber spannend finden. Genau, und so Drittmittelprojekte, und Drittmittelprojekte bedeuten im Prinzip gekaufte Forschung. Das muss man sich überlegen. Das ist gekaufte Forschung. Und ob das dann tatsächlich noch Wissenschaft im engeren Sinne ist, hängt vom Detail ab. Genau, das waren die Details, die ich beschrieben habe. Aber Forscher, die sich darüber beschweren, dass das Vertrauen in die Institutionen in Deutschland so leidet und dass das alles erodiert und so, die sollten sich als allererstes mal fragen, was mache ich da eigentlich für Forschung? Und mit wem setze ich mich da einzig ins Nest und von wem lasse ich mich da bezahlen? Weil sowas wie da mit VW und diesem Verein, das untergräbt auch die Glaubwürdigkeit von Universitäten und Forschern. Ganz genau. Und da kann man natürlich zum Beispiel versuchen, so ein bisschen Transparenz herzustellen. Eine Möglichkeit ist, über das Informationsfreiheitsgesetz einfach mal, das gibt es ja im Bund und in vielen Ländern, nicht in allen, kann man ja mal versuchen, an die Verträge ranzukommen zwischen den Unis und den Geldgebern, um einfach mal zu schauen, wie wird denn da Einfluss genommen? Genau, und das war nämlich auch der Einwahl von meinem Kontaktmann, Telefonat, so nach dem Motto, um das beurteilen zu können, musst du in diese Verträge gucken. Da musst du reingucken und da steht drin. Und dann weißt du nämlich Bescheid und deswegen ist es einer der vielen, vielen Gründe, warum Informationsfreiheit so wichtig ist. Dazu, kleiner Gag am Rande, weiteres GFF-Verfahren, das wir eigentlich schon abgeschlossen haben, im Lande Rheinland-Pfalz. Es gibt es seit ein, zwei Jahren neues Informationsfreiheitsgesetz und jetzt rate mal, welcher Bereich explizit ausgenommen ist von der Informationsfreiheit. Drittmittelforscher an Universitäten. Haben wir Verfassungsbeschwerde gegen erhoben? Dies war leider nicht erfolgreich. Muss man leider sagen. Und das, ja, schade, schade, schade. Da hat das Landesverfassungsgericht Rheinland-Pfalz kein Problem drin gesehen. Aber da muss man sagen, okay, man kann auch nicht immer gewinnen vor Gericht, aber an diesem Punkt muss man sagen, da muss politisch nachgesteuert werden. Und ich glaube, diese Studie hier macht sehr, sehr, sehr deutlich, warum das einfach ein Problem ist, wenn Forschung gekauft wird. Wir haben noch ein wunderschönes Aufregerthema, wo man auch sofort wutschnaubend irgendwie locker durch die Gaggen gehen kann. Wir haben es hier so schön beschrieben, Milliardenboni bei der Minusbank. Genau, die Minusbank ist die Deutsche Bank. Ja, die Deutsche Bank macht wieder mal Verluste. Wie viel haben sie jetzt auf dem Zettel? Ich glaube, eine halbe Milliarde, irgendwas, ne? Und das, obwohl sie doch eine rüde Politik an den Tag legen. Da fällt mir gerade noch eine schöne Story ein. Hab ich dir schon mal erzählt, wie ich zur Bad Bank zwangsverwiesen wurde? Nee. Sehr geil. Ich hatte vor Jahren mal einen falschen Schufa-Eintrag. Ich hatte da noch so ein Girokonto von der Deutschen Bank, irgendwie aus Studienzeiten. Und kaum war dieser Schufa-Eintrag drin, das dauerte irgendwie zwei Tage, bekam ich Post von der Deutschen Bank. Sehr geehrter Herr Burmeier, Sie sind jetzt nicht mehr bei der Deutschen Bank so und so in Berlin, sondern Sie sind jetzt umgebucht zu unserer Spezialfiliale für Spezialkunden. Klammer auf, also Bad Bank stand nicht da, aber aus dem Begleittext war schon völlig klar, das ist die Bank für Sorgenkinder. Nur noch zu erreichen über irgendwie eine kostenpflichtige Telefonnummer, keine persönlichen Ansprechpartner. Und es wurde einem so aus dem ganzen Handling klar, jetzt sollst du eigentlich bitte den Vertrag kündigen. Gehen. Genau, also insofern seit, und dann habe ich mir gedacht, okay, Reisende soll man nicht aufhalten, liebe Deutsche Bank, vielleicht macht ihr einfach euer Minus in Zukunft ohne mich und habe freiwillig dann so mein Konto gekündigt. Aber seit dieser Erfahrung muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich, was ich von der Deutschen Bank zu halten habe. Also die machen jetzt zum wiederholten Mal Verlust, der CEO macht Minus und der Chief Bonus Officer macht Plus, weil sie wollen nämlich eine Milliarde an Boni ausschütten. Ach guck mal. Eine Milliarde an Boni und sie sagen, das Argument ist, ja, wir machen zwar insgesamt Verlust, Investmentbanker, die sind doch gut drauf, die machen noch Plus und die müssen entlohnt werden, weil wenn wir denen diese Boni nicht hinterherwerfen, dann gehen die weg und wir wollen nur die Besten der Besten und die kriegen wir nur mit diesen Boni. Was bedeutet das eigentlich in der Praxis? Also das heißt, das sind Leute, die haben irgendeinen Vertrag, in dem ein bestimmtes Gehalt drin steht, Klammer auf, eh schon wahrscheinlich im Millionenbereich, oder? Das weiß ich nicht, aber das ist schon erheblich und aber ich weiß halt auch von Bekannten in London, die, da ist das ganz, ganz essentieller Bestandteil, also das ist sozusagen die Frage zwischen Porsche haben und Porsche nicht haben. Ups. Ja. Also mit anderen Worten, das Grundgehalt verblasst im Vergleich zu den Summen, die da im Boden getroffen sind. Ja, also das ist schon so, das ist dann immer so, da kommt dann ein Bonus und dann kauft man sich einen neuen Porsche und so und also das ist schon ziemlich erheblich und die Frage ist halt, ja, ist das irgendwie ethisch? Also ist es jedenfalls schon mal interessant, wenn man sich anguckt, was die Deutsche Bank ansonsten so macht, sie streicht ja massiv beim Personal, sie schließt eine Filiale nach der anderen, nicht zuletzt zum Beispiel auch in Moabit, ja, mein letzter Geldautomat damals, als ich noch in Moabit gearbeitet habe, wurde abgesägt, weil die Deutsche Bank ihre Filiale zugemacht hat. Das heißt, sie zieht sich, das haben, da war übrigens auch vor kurzem ein schöner Hintergrund im Deutschlandfunk, wenn man das nochmal nachhören will, sie zieht sich, wie übrigens auch viele andere Banken, wie auch die Sparkassen aus der Fläche zurück, konzentriert das Geschäft auf einige wenige Filialen und das führt natürlich dazu, dass viele, viele, viele Menschen gehen müssen, teilweise nach jahrzehntlanger Unternehmenszugehörigkeit. Da wird also massiv gespart. Genau und im Koalitionsvertrag, so wie das jetzt Stand der Dinge ist, steht halt nichts dazu da, dass halt Boni gedeckelt werden sollten, und also ganz platt gesagt, glaube ich, sollten die gedeckelt werden, weil dieses Investmentbanking bringt doch eh nichts, oder? Also ich meine, das ist doch eh nur Zockerei. Wertschöpfung passiert doch da nicht groß, oder? Also das ist natürlich, ist das ein bisschen spitz formuliert. Also ich würde vielleicht diese harte Formulierung nicht mitmachen. Es ist jedenfalls sehr schwer zu begreifen, wo der gesellschaftliche Nutzen von Investmentbanking ist. Ja, das Kreditgeschäft ist in einer marktwirtschaftlichen Ordnung total wichtig. Also du kannst halt dein Unternehmen nicht erweitern, wenn nicht irgendeine Bank dir Geld leiht. Also insofern, das macht schon Sinn bei Investmentbanking, also auf Deutsch Zockerei an der Börse, weiß ich auch nicht so richtig, ob das was bringt. Ich will das aber auch nicht so pauschal urteilen. Du weißt, das gibt Kommentare, ne? Ja, ja, schon. Aber da, Philipp, da dürfen wir uns nicht von irritieren lassen, was auch immer kommentiert wird. Also wir lassen uns auch gerne überzeugen. Also wenn ihr wisst, was so die Wertschöpfung und die Gesellschaft, die wir hier nutzen von Investmentbanking, bitte schreibt es in die Kommentare. Würde ich sehr gerne lesen. Also ich sag mal so, wenn es eine Transaktionssteuer gäbe, eine Börsenumsatzsteuer quasi, eine Börsentransaktionssteuer, würde ich sofort einsehen, dann würde ja die Allgemeinheit mit so ein paar Prozent an jedem Zock verdienen. Dann würde ich sagen, okay, dann könnt ihr von mir aus gerne 100% plus machen, wenn wir alle so ein kleines bisschen von eurer Zockerei haben. Dann würde ich sagen, d'accord, aber momentan erschließt sich mir das noch nicht. Nun sollte also der Koalitionsvertrag oder sagen wir mal so, die SPD hatte seit längerem schon die Idee, man könnte doch möglicherweise mal so ein bisschen da eingreifen. Nun kann man natürlich den Firmen nicht einfach so verbieten, bestimmtes Geld auszuschütten. Das wäre, sagen wir mal, jedenfalls rechtlich ausgesprochen schwierig, weil das ja das Geld des Unternehmens ist. Und wenn die Hauptversammlung zum Beispiel diese Boni billigt, dann kann man da nicht viel machen. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie man relativ leicht hätte nachsteuern können, um das so ein bisschen weniger attraktiv immerhin zu machen, diese Boni auszuschütten. Es ist ja so, dass diese Zahlungen, die man eben an Mitarbeiter ausreicht, im Prinzip quasi von der Steuer abgezogen werden können. Das sind halt Betriebsausgaben für das Unternehmen, die vermindern den Unternehmensgewinn und damit bei Kapitalgesellschaften zum Beispiel die Körperschaftssteuer. Also die Spahnsteuer. Die Spahnsteuern, weil sie diese Zahlungen, also Gehälter, aber auch Boni, bislang komplett von der Steuer abziehen können. Das heißt, ich glaube, die Körperschaftssteuer liegt bei 25 Prozent. Wenn du also 10 Millionen raushaust an Bonus, dann kostet das den Steuerzahler 2,5 Millionen Euro. Schon mal eine Menge Holz. Deswegen hatte die SPD die Idee, dass man diese steuerliche Absetzbarkeit kappt. Dass man halt sagt, nur bis zu 500.000 Euro pro Person und ja, kann das von der Steuer abgezogen werden. Danach muss das Unternehmen diese Boni quasi aus zu versteuerndem Geld bezahlen. Das heißt also, immerhin hätte nicht mehr die Allgemeinheit ein Viertel dieser Boni bezahlt, was ja völlig absurd ist. Aber das war ganz offensichtlich mit der Union nicht zu machen. Und deswegen, jedenfalls nach dem bisherigen Stand, wie gesagt, wir wissen noch nicht, ob das der endgültige Verhandlungsstand ist. Wir wissen noch nicht, wie der Koalitionsvertrag aussehen wird. Aber jedenfalls nach derzeitigem Stand war das mit der Union nicht zu machen. Wird es also weiter so sein, dass die Allgemeinheit einen Teil dieser Boni zahlt. Wahrscheinlich deckeln sie es bei 1.000 plus. Oh Gott, 1.000 Euro ist okay. 1.000 Millionen plus. Also auf einer Milliarde pro Nase wird gekappt. Gut. Wollen wir das machen? Das passt einfach so schön. Also die Einkommensverteilung. Wir haben da öfter schon drüber geredet, wie ungerecht ist das hier eigentlich zu Lande. Und wenn man jetzt sieht, dass allein die Deutsche Bank eine Milliarde an Boni auswirft, dann finde ich, Ohne wird es eine Milliarde insgesamt? Eine Milliarde. Die haben eine Milliarde. Sie waren letztes Jahr, glaube ich, bei 500.000 und davor bei 2 Milliarden. Also immerhin haben sie die Boni schon mal ein bisschen gestrichen. Ein bisschen. Philipp, alles wird gut. Ja? Ich glaube da ganz sicher dran. Okay, dann lese ich dir mal Folgendes vor. Also eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung sagt, die 45 reichsten deutschen Haushalte, 45. 45. Nicht Millionen, nicht Tausend. Das ist ein Drittel von denen, die hier sitzen. Ja. Besitzen die Hälfte des deutschen Vermögens. Das ist krass. Das ist jetzt nicht Und 82 Millionen Menschen besitzen die andere Hälfte. Genau, so sieht es aus. Und da ist rausgekommen, also das ist, der Wohlstand ist sozusagen weit ungleicher verteilt, als man das bisher angenommen hat. Und Deutschland ist da auch schlechter als Frankreich oder Spanien. Also ich finde diese Ungleichheit von Eigentum und Reichtum ist hierzulande ein Problem. Und das ist immer, ja. Und auch vor dem Hintergrund finde ich, sollte man diese Boni deckeln. Und das ist halt auch aus meiner Sicht eine zentrale Frage, jetzt mal jenseits einer parteipolitischen Grenzen, die man an einen zu schließenden Koalitionsvertrag richten muss. Ich glaube, oder ich würde da deine Einschätzung teilen, Philipp, dass das eine der zentralen Fragen in unserer Gesellschaft ist, werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer? Oder versuchen wir das so ein bisschen zu nivellieren? Ich will ja da jetzt nicht irgendwelchen Enteignungen das Wort reden, aber ich finde eigentlich, sollte es zumindest so sein, dass diese Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter aufgeht. Idealerweise würden wir sogar daran arbeiten, dass es möglichst weniger Arme gibt. Das war ja im Grunde die zentrale Botschaft der Nachkriegszeit, das sogenannte Wirtschaftswunder und so ein jedenfalls bescheidener Wohlstand für alle. Wenigstens ein VW-Käfer sollte sich irgendwie jeder leisten können und mal irgendwie einen Flug nach Malle und so. Dann haben wir die Idee eigentlich war, während der ersten 40, 50 Jahre der Bundesrepublik, dass es allen Menschen okay gehen soll. Es müssen nicht alle reich sein, aber es müssen an dem gesellschaftlichen Wohlstand alle halbwegs gleichermaßen teilnehmen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben das in der Lage schon ganz oft an vielen, vielen Beispielen diskutiert. Dieser Zustand ist momentan einfach nicht Realität. Wir haben inzwischen, man kann über die Prozentzahlen streiten, aber jedenfalls einen sehr, sehr großen Anteil an unserer Bevölkerung, der durchs Rost fällt, dem es richtig, richtig schlecht geht ökonomisch. Und deswegen die zentrale Frage an jeden Koalitionsvertrag, an jede Bundesregierung muss aus meiner Sicht sein, wird diese Schere zwischen Arm und Reich eher geschlossen oder geht die weiter auf? Und ich wüsste bislang nicht, wie das, was so durchgesickert ist bei diesem Koalitionsvertrag, die Schere schließen könnte. Und da schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und was ja noch ein anderer Effekt ist, und damit kommen wir zum nächsten Thema, dass Kinder aus Familien, denen es schlecht geht, die wenig Geld haben, vielleicht schlechte Bildung genossen haben, dass diese Kinder in Deutschland das genau so wiederholen, in aller Regel. Die Chance, dass sie über die Schule aus diesem Teufelskreis von Armut und Schlechterbildung und so rauskommen, ist in ganz wenigen Industrieländern schlechter als in Deutschland. Das nennt man so diese Chancengleichheit in der Bildung. Oder mit anderen Worten, Armut vererbt sich. Armut vererbt sich. In Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du aus einem wohlhabenden bildungsakademischen Haushalt kommst, dass du sehr gute Schulnoten etc. machst, sehr groß. Wenn du aus einem armen Haushalt bildungsfern kommst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du als Kind genau diese Karriere wiederholen wirst deiner Eltern, extrem groß. Die Abhängigkeit von Einkommen, Bildung im Elternhaus und Schulerfolg ist extrem groß. Und jetzt hat die OECD, also so eine Vereinigung der Schwellen- und Entwicklungsländer eigentlich, die machen ja immer so einen PISA-Test. Der letzte wurde 2015 veröffentlicht und die haben das jetzt nochmal so ein bisschen unter einem neuen Blickwinkel betrachtet und jetzt nochmal eine Studie rausgebracht. und da kam raus, ja, Deutschland ist, was diese Bildungsgerechtigkeit angeht, immer noch sehr schlecht und unterdurchschnittlich im OECD-Vergleich, aber es gibt so einen kleinen Lichtblick und das nennt man, das haben die herausgefunden, das nennen die Resilienz, die Resilienz wächst. Das heißt also, die Widerstandskraft von Kindern aus ärmeren Haushalten gegen diesen Teufelskreis, wieder schlecht Schulergebnisse zu haben, die wächst. 2006 gab es noch 25 Prozent von Kindern aus ärmeren Haushalten, die gute Schulnoten hatten, also sprich, auf dem Weg raus waren und 2015 waren es immerhin schon 33, knapp 33 Prozent, also ein Drittel. Das heißt also, es gibt mehr Kinder in Deutschland, die es schaffen, aus diesem Milieu rauszukommen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen und… Und weiß man auch, warum das so ist? Gibt es da Gründe? Genau, und da gibt es Gründe und ich habe gesprochen mit Andreas Schleicher, der ist Bildungsdirektor bei der OECD und hat sozusagen auch diesen PISA-Test ganz maßgeblich mitbetreut und ich habe ihn halt gefragt, was sind denn so die Bedingungen, damit das passieren kann? Dort, wo der Anteil von Schülern aus ungünstigem Umfeld, die trotzdem gute Leistungen erbringen, hoch ist, haben wir in der Regel ein Arbeitsklima an den Schulen, wo wenig Zeit im Unterricht verloren geht, wo die Kollegien und stabil sind, im Grunde, wo es Zeit und Raum gibt, sich mit Schülern individuell auseinanderzusetzen, Schüler individuell zu unterstützen. Das heißt also, er sagt, Ganztagsschule ist ganz wichtig, gutes Schulklima heißt halt wirklich konstantes Kollegium, du hast immer die gleichen Lehrer, du hast ein gutes Vertrauen zwischen Schülern und Lehrern, es ist sozusagen sehr geregelte Abläufe, ein ruhiger Unterricht und es gibt so ein Ökosystem, in dem alle sozusagen miteinander auf Augenhöhe reden, und sich zuhören und er sagt, vor allen Dingen ist halt die soziale Durchmischung ganz zentral, also dass eben Kinder aus ärmeren Haushalten, Migranten etc. und akademischen Haushalten zusammen unterrichten und ich habe ihn dann gefragt, weil das ist ein Feedback, was ich von ganz vielen Eltern höre, ist so nach dem Motto, ja, ja, ist ja schön und gut auf so einer durchmischenden Schule und das mag ja für die sozial Schwächen und auch ganz toll sein, aber mein Sohn, meine Tochter, die ist super und die leidet, weil die wird ja nicht gefördert und die kommt da unter die Räder, weil sie ständig irgendwelchen anderen Kindern Nachhilfe geben müssen. Und dazu, hat der Schleicher gesagt, Das Spannende ist an dieser Studie, dass die stärkere soziale Durchmischung allen Schülern hilft. Auch gerade die leistungsfähigsten Bildungssysteme, schauen Sie nach Nordeuropa oder nach Kanada oder nach Asien, die zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie ein sehr heterogenes Umfeld schaffen, wo Schüler jeden Tag andere Schüler erleben, im Grunde mit anderen Schülern gemeinsam arbeiten und letztendlich bringt es allen Schülern etwas, am oberen sowie am unteren Ende der Leistung. Dungsbereitschaftsskala. Ich habe das mal abgekürzt, weil der zu lang war. Ich habe das vergessen abzuschneiden, der labert noch ewig. Das übernimmt über ich. Und was er noch sagte ist, er braucht halt eine autonome Schulleitung. Also das ist auch so ein Ding, dass die Schulen autonomer werden müssen. Sie müssen quasi selber ihre Schule auch gestalten können, an Inklusion, an Migranten etc. anpassen können. Und das ich besonders interessant fand war, dass er fordert, dass deutsche Lehrer weniger unterrichten müssen, sondern mehr Zeit für Gespräche brauchen. Also die sogenannten Deputate. Also wie viele Stunden in der Woche muss ein Lehrer, Lehrerin in Deutschland unterrichten? Und da sagt er, da muss der Unterricht eindeutig zurücktreten. Shanghai in China, da unterrichtet eine Lehrkraft nur zwischen 11 und 16 Stunden pro Woche. Also gerade mal die Hälfte wie ein Lehrer in Deutschland. Auf der anderen Seite haben diese Lehrkräfte aber sehr viel mehr Zeit, gemeinsam mit anderen Kollegen zu arbeiten. auch im Grunde Schüler individuell zu unterstützen, mit den Eltern zu arbeiten. Also ich denke, da muss man in Deutschland noch darauf achten, dass eben die Arbeit der Lehrer nicht damit anfängt und aufhört, was im Klassenzimmer passiert, sondern wirklich, dass individuelle Unterstützung sehr viel mehr erfordert. Und das ist also so ein, ich habe da so eine Schule vor Augen, weißt du, wo alle gerne hingehen und wo es so ein gemeinsames Vorstellungen gibt, wir lernen voneinander. Nicht nur die Schüler von den Lehrern, sondern auch umgekehrt, dass du Schüler mit einsparen kannst, dass es eine vertrauensvolle Umgebung gibt und dass du Zeit hast, um dich um einzelne Schüler auch zu kümmern. Und dazu gehören übrigens auch Bauten. Also wenn ich jetzt sehe, was da in Berlin für Schnellbauten hochgezogen werden, jetzt so schnell, schnell, wir brauchen Schulen. Das sind einfach die ganz normalen Schulen, aber was du halt brauchst, ist eine anders gebaute Schule, wo du halt Teamsitzungen machen kannst, wo du Freiraum hast, wo die Kinder sich mal zurückziehen können. Flexible Raumgrößen. Flexible Raumgrößen etc. Aber das baust du natürlich nicht, wenn du da irgendwie so einen Plattenbau hinlöffelst auf irgendeinen verrotteten Sportplatz. Und das ist halt das Problem, nicht, dass wie immer, wenn es um staatliche Stellen geht, fehlt es im Wesentlichen am Geld und ein Stück weit auch an der Kreativität, muss man sagen, oder vielleicht an den richtigen Paradigmen. Ja, den richtigen guten Vorsätzen, aber meistens fehlt es am Geld. Also gerade wenn du jetzt sagst, die Stundendiputate, wenn man jetzt sagen würde, jede Lehrerin und jeder Lehrer muss nur noch 15 Stunden unterrichten und den Rest der Zeit dann eben einfach ansprechbar sein für Gruppenarbeit oder so oder für Hausaufgabenhilfe oder weiß der Himmel was, dann bräuchtest du natürlich 50 bis 100 Prozent mehr Lehrerinnen und Lehrer. Die muss man natürlich erst mal ausbilden, die müssen dann bezahlt werden und so. Aber ich glaube, das verweist wie an vielen, vielen anderen Stellen einfach darauf, wir müssen uns das einfach ein bisschen mehr kosten lassen. Wir haben einfach in den letzten 10, 15 Jahren, Stichwort Neoliberalismus, unser Gemeinwesen systematisch kaputt gespart. Und das sieht man an allen Ecken und Enden. Das sieht man an Schlaglöchern, das sieht man an bröselnden Schulbauten. Und das sieht man aber eben auch an der Zahl der Stunden, die Lehrerinnen und Lehrer unterrichten müssen, die ja eben konsequent hochgegangen sind. Tu, aber in Berlin stellen sie jetzt Clowns ein, als Lehrer, so quer einsteig. Ich habe mit einem gesprochen, der war Clown, jetzt ist er Lehrer. Aber er ist ein geiler Lehrer. Also ich habe auch mit Schülern gesprochen, die sind total begeistert. Und der hat es auch drauf. Aber vielleicht ist Clown auch eine richtige Ausbildung. Ehrlich gesagt, um das Ganze mal so ein bisschen aufzulockern, oder? Ich weiß nicht, also ich finde die Idee eigentlich total nett. Ich fand ihn auch gut. Also wie gesagt, ich bin voll überzeugt, dass der einen viel besseren Unterricht macht, als viele, die irgendwie 10 Jahre Pädagogik studieren. Es geht ja nicht nur ums Bimsen, sondern man muss ja irgendwie fürs Leben lernen. Und das kann man bestimmt auch von so einem Clown. Also ich finde das eine nette Idee. Und die generelle Forderung ist einfach wieder mehr Geld fürs Gemeinwesen. Denn das sind jetzt alles so Schlagwörter. Das ist jetzt so abgeschrieben. Aber wir sind halt auch Sozialisten. Ist das so? Kommunisten. Ist das so? Ist das so? Manche Leute sagen das. Manche Leute sagen, das ist ja ganz lustig, wenn man das so hört, die Kommentare zur Lage, die sehen uns ja irgendwo zwischen sehr links und sehr rechts. Muss man echt sagen. Wir haben so ein paar... Stimmt. Ja. Das ist ganz interessant. Aber vielleicht ist das ein gutes Zeichen, dass wir im Großen und Ganzen auf der richtigen Spur sind. Und wir haben uns wirklich vorgenommen, dass die Union mehr Raum kriegen soll, Philipp. Das haben wir uns vorgenommen. Wir wollen jetzt nicht so SPD-lastig sein und auch nicht so linkenlastig. Wir haben zum Beispiel, das muss man ganz deutlich sagen, es war Grünen-Parteitag. Und wir haben uns intensiv bemüht, Ansprechpartner bei den Grünen zu finden. Das fällt dir ein, wenn du sagst, wir sollten uns mehr um die Union kümmern? Nein, das fällt mir ein bei dem Stichwort, wir sollten uns weniger um die SPD kümmern. Okay. Aber wir haben das ja schon deutlich diskutiert. Wir haben es auch begründet, wieso das momentan sinnvoll ist, weil die halt irgendwie zugegangen an der Waage ist. Wir haben uns intensiv bemüht, wir haben den Grünen-Parteitag nicht vergessen. Und es gibt da auch Gespräche und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir bald mit guten Leuten bei den Grünen sprechen können. Und diese Woche hat es terminlich nicht geklappt. Ja, das nur, weil wir verschiedene Fragen bekamen. Vergessen uns den Grünen-Parteitag nicht. Die Meldung können wir ja kurz noch einschieben an der Stelle. Das ist jetzt Freestyle, das haben wir noch nicht recherchiert. Die Grünen hatten eine Bundesdelegiertenkonferenz, so heißt bei denen der Parteitag. Und sie haben eine neue Führung gewählt mit Robert Habeck und Annalena Baerbrock. So, das sind die beiden neuen Grünen-Chefs. Und was das... Voll realos. Beide sind realos. Und was das aber für die Grünen bedeutet, darüber würden wir mit einem von den Grünen sprechen. Hoffentlich nächste Woche. Schauen wir mal. Wir mussten unter dieser Stelle, das ist so ein bisschen unser Ausklangsthema, hier feststellen. Berlin hat ein Riesenwohnungsproblem. 200.000 bis 300.000 Wohnungen brauchen die so, weil jedes Jahr 50.000 bis 60.000 neue Leute netto dazukommen. Also es ziehen welche weg, es kommen welche dazu. Und Saldo ist 50.000 bis 60.000 Leute. Warte mal auf, das sind fast keine Flüchtlinge. Die Flüchtlinge spielen nicht so eine Rolle. Das ist also, bevor jetzt irgendjemand auf den Gedanken kommt, man soll die einfach alle nach Syrien schicken. Das ist nicht die Lösung. Nein, okay. Das ist nicht die Lösung. Das ist nicht die Lösung. Sondern die Lösung ist, Aldi baut Wohnungen. Ohne Witz. Ja, Aldi baut Wohnungen und zwar ernsthaft. Ja, wir brauchen billige Wohnungen, also wer macht das? Aldi. Genau. So quasi das Mac Flat. Nein, aber das ist sogar wirklich eine ziemlich smarte Idee. Und Philipp hat da nämlich in den letzten Wochen mal ein bisschen geschickt. Genau, genau, genau. Ich war ja, ich war, also die Story ist, so ein bisschen die Fakten sind, Aldi will Wohnungen bauen. Aldi hat, also der Berliner Senat hat geguckt, wie viele Supermärkte gibst du in Berlin? Tausend. Über wie viele, also das sind ja immer Supermärkte, die stehen auf Riesengrundstücken mit einem Stock. Stell dir das mal vor, da kann man sich genau vorstellen. So ein Aldi ist halt so ein Flachbau. Der hat also jetzt nicht wie ein normales Haus in Berlin fünf oder sechs Stockwerke, sondern exakt ein Stockwerk und gigantischen Parkplatz. Ja, Monster-Parkplatz. Genau. Ganz viele Autos. US-Größe. Und dann hat die Senatsverordnung gesagt, ja Mensch, das ist so schönes Bauland und so schön zentral gelegen, könnt ihr da nicht irgendwie, könnt ihr da nicht was drüber bauen? Und dann haben sie geguckt und haben festgestellt, ja, so auf 300, 330 von diesen Supermärkten, nicht nur Aldi, auch Lidl, andere, in Berlin, da könnten wir Wohnungen drauf bauen und wenn wir so pro Supermarkt 100 Wohnungen rechnen, dann kommen wir auf 30.000 Wohnungen, die wir so auf diese Art bauen können. So, dann hat Lidl die Initiative, oder machen das, sind auch an Bezirke herangetreten und eben jetzt auch Aldi. Und Aldi will in Berlin in den nächsten Jahren und nur in Berlin, nirgendwo anders, erstmal nur in Berlin, 2.000 Wohnungen bauen und der Clou ist, 30 Prozent dieser Wohnungen sollen vermietet werden für 6,50 Euro kalt. Was natürlich super fair ist. Was super fair ist und das ist ungefähr so das, was halt die Bezirke von, sagen wir mal, Bauherren verlangen, wenn es da halt so sozialen Art Wohnungsbau gibt, dann sagen die 6,50 Euro kalt, 30 Prozent und den anderen hat Aldi jetzt gesagt, die restlichen Wohnungen machen wir für 10 Euro. Ich habe mit Aldi telefoniert, das sagt auch schon wahr. Aldi ist doch normalerweise schlimmer als Apple. Also. Die sagen doch gar nichts. Wenn die Pressestelle von Aldi zurückruft. Zurückruft. Normalerweise sagen die doch, schauen Sie in unseren Katalog, das ist alles, was wir dazu sagen können. Wenn die zurückruft. Ja, mir war fast der Hörerausland gefallen, als die Frau, ja hier ist ein Anruf von der Pressestelle von Aldi. Und ich sage so, verarschen kann ich mich selber. Prank. Papp. Nein. Ich habe eine Mail, ich habe eben so blind eine Mail geschrieben an Pressehataldi.de und dann haben die zurückgerufen. Das ist ja geil. Und ich meine, das sagt schon viel, weil das für Aldi ja ein riesen PR-Ding ist. Und als nächstes rief dann Martin Schulz an. Hallo Banzel, wir wollen mal reden. Also. Die haben angerufen und ich habe sie dann gefragt, diese 6,50 Euro und diese 10 Euro, wie ernst meint ihr das denn? Und sie sagt, das ist ein Versprechen. Ups. Okay. Gut, du hast dann auch gesagt, ja, die können versprechen, was sie will, aber sie hätte auch sagen können, ja, das ist so eine Zielgröße, die wir bei 32 Grad im Schatten anpeilen und wenn die Bahn pünktlich kommt, könnte es sein, dass wir bei 6,50 Euro landen. Bei Vollmond. Ja. Hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, das ist ein Versprechen. So. Das ist ja schon mal was. Und jetzt ist aber der Punkt, dann bin ich halt losgegangen und dann gibt es halt so einen dieser Supermärkte, so ein Aldi in Dingsbums da, in Lichterfelde. Achso. Ne, Lichterfelde ist das nicht. Scheiße, habe ich vergessen. Du warst bei einem Aldi. Ich war bei einem Aldi irgendwo in Ost-Berlin. Wie heißt denn das? Lichtenberg heißt das, glaube ich. Und bin halt hingefahren, weil das so der erste Aldi sein soll, den sie halt abreißen. Das ist immer das Ding. Sie reißen ihn ab und bauen neu. Und dann habe er immer so gefragt, wie das immer so ist, so Voxpop. Hallo, ich bin vom Deutschlandfunk. Darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? Hier soll ein Markt abgerissen werden und es soll eine Wohnung gebaut werden für 6,50 kalt und 10 Euro warm. Und das war eine Antwort. Ganz großartig. Absolut super. Absolut super. Weil der erste vernünftige Vorschlag ist, so freie Fläche, wo man so viel Platz hat, Wohnungen zu bauen, die so dringend gebraucht werden. Absolut super. Und man muss ja auch sagen, es hat ja wirklich seinen Charme. Also wenn die das wirklich machen und da sind wirklich alle begeistert. Also ich habe mit André Holm telefoniert, der ist Staatssoziologe, so echt ein schlauer Vogel, was das angeht. Und der sagt, naja, mein Gott, das wird jetzt so eine Wohnungsnot in Berlin nicht lösen. Aber wenn sie wirklich die Wohnung in einem guten Zustand bauen und für 6,50, 30 Prozent vermieten, ja, dann kann sich keiner beschweren. Und auch die Grünen sind ganz aus dem Häuschen. Die wollen das jetzt schon auf Schulen ausdehnen. Also sollen Schulen auch überbaut werden, Jugendzentrum aufs Dach, Ateliers überall rein, alles überbauen. Und so, also die Idee ist, die hat schon so ihren Charme. Genau. Und die Idee, um das vielleicht noch so ein bisschen mal so ein bisschen in den Kontext zu setzen, das Stichwort dabei ist Verdichtung. Denn in vielen Großstädten in Deutschland ist eben das Bauland total knapp. Das hat zum Teil damit zu tun, dass man in der unmittelbaren Nachkriegszeit einfach nicht so richtig viele Materialien hatte. Und da hat man halt gerade in den 50ern total viele flache Häuser hingebaut. Gerade in Berlin sieht man das ganz häufig irgendwie, Eckhaus war ausgebombt, steht jetzt irgendwie so ein einstöckiges Gebäude drauf, irgendwie schöne Kneipe drin. Der Fuchsbau zum Beispiel, ganz beliebt, ja, um die Ecke von der Senatsverwaltung für Justiz in Berlin, wo man immer nach dem Examen ein Trinken geht. Der Fuchsbau ist so ein hässlicher 50er Jahre einstöckiger Bau. Und das sieht man in Berlin überall. Und diese ganzen Dinger sind ja im Grunde eine einzige Verschwendung von Bauland. Denn man könnte statt einer Etage eben auch sechs Etagen da drauf bauen. Deswegen Stichwort Verdichtung. Warum ist das Bauland knapp in den Städten? Also zum einen liegt es an dieser ineffizienten Nutzung aus der Nachkriegszeit, aber teilweise auch heute bei Aldi ist eben. Zum anderen hat es aber auch viel mit Spekulationen zu tun. Da habe ich auch vor kurzem im Deutschlandfunk einen ausführlichen Beitrag darüber gehört. Es ist nämlich inzwischen so, dass die Baulandpreise in vielen Großstädten, auch in Berlin, so stark steigen, dass es lukrativer ist, einfach nur ein Stückchen Bauland zu kaufen, das zehn Jahre liegen zu lassen und dann mit enormem Gewinn weiter zu verkaufen. Das heißt, es lohnt sich einfach, Bauland zu kaufen, nichts damit zu machen, insbesondere nicht noch Geld in das Bebauen zu stecken und Wohnungen zu schaffen, sondern einfach liegen lassen, warten, bis die Preise gestiegen sind und dann weiterverkaufen an den nächsten Spekulanten, der wieder nicht baut, sondern nur auf die Gewinne wartet. Und das führt dazu, dass eben wirklich bebaubares Bauland in Berlin teilweise sehr, sehr knapp geworden ist, in anderen Städten auch. Und politisch gibt es da auch schon erste Überlegungen zu sagen, man sollte darüber nachdenken, ob man das Besitzen von Grund und Boden nicht als solches besteuert. Es gibt ja eine Grundsteuer, die ist aber vergleichsweise gering, eigentlich nicht der Rede wert und die Verluste quasi aus der Grundsteuer stehen vor allem in überhaupt keinem Verhältnis zu der Spekulation. Also man sollte wohl mal steuerlich darüber nachdenken, wie man diese Spekulation, die eben ineffizient ist und zur Wohnungsnot massiv beiträgt, wie man die beheben kann. Aber gut, eine Methode, wie man eben auf jeden Fall mehr Wohnraum schaffen kann, ist, indem man die Flächen besser ausnutzt. Das heißt, abreißen so ein Aldi und was Sechsstöckiges draufsetzen. Genau. Und jetzt denkt man natürlich so, ja, ach, das sind ja die Aldi, das ist ja ganz nett und so und das funktioniert ja alles ganz gut. Aber es sind nicht nur gute Menschen. Das ist eine tolle Idee und so. Und dann stellt sich irgendwie raus, ja, ja, wir machen das auch alles, aber wir hätten gern auch was dafür. Und zwar muss man wissen, aktuell ist so ein Aldi-Markt in Berlin so meistens aus baurechtlichen Gründen 800 Quadratmeter. Pi mal Daumen. Jetzt sagt der Aldi-Mensch. Wir sehen vor allem einen Bedarf an Märkten mit 1400 Quadratmeter Verkaufsfläche für unser neues Konzept Aniko. Aniko erkläre ich jetzt mal nicht. Das ist der schlau. Das ist der neues Aldi-Konzept. Größer, mehr Gemüse, mehr alles. Aber die wollen halt quasi ihre Marktfläche verdoppeln, fast. Von 800 auf 1400. Das ist der Deal. Wir bauen euch Wohnungen, aber dafür müsst ihr uns mehr Verkaufsfläche lassen. Genau. Und da zucken alle zusammen. Also da, ich habe jetzt gesprochen mit Petra Rohland, Sprecherin von der Senatsverwaltung für Wohnen und die sagt. Wir wollen natürlich nicht, dass jetzt mit jedem Aufbau dort eine Erweiterung der Verkaufsfläche einhergeht. Da steht zum einen das Baurecht dagegen. Das ist einfach nicht immer möglich. Und zum anderen wollen wir natürlich auch die schon ansässigen Handelseinrichtungen schützen oder stärken, sodass man da immer gut abwägen muss, was ist machbar und was nicht. Und das ist halt die Frage, ne? Wir wollen natürlich nicht, dass jetzt mit jedem... Das war schön, aber zweimal müssen wir ihn nicht hören. Das ist natürlich die Frage. Leidet da jetzt der Einzelhandel, weil Aldi seinen Laden vergrößert? Ja, das ist natürlich in der Tat eine Frage, die man sich stellen muss. Man könnte aber ja auch einen Kompromiss finden und sagen, okay, liebe Aldis, ihr dürft quasi 1400 Quadratmeter Verkaufsfläche schaffen, aber nicht alle mit einem Aldi-Markt bespielen, sondern ihr müsst dann halt einfach einen Teil dieser Fläche untervermieten. Vielleicht ist dann eben weiterhin der Aldi, na sagen wir, 1000 Quadratmeter und stattdessen packt man auch vielleicht einen Bäcker und einen Fleischer rein. Das wäre ja eine Kompromisslösung. Dann hat Aldi zwei entsprechende Verkaufsflächen geschaffen, kann aber nicht alles selber nutzen und dementsprechend nicht alle möglichen Einzelhändler platt machen. Du hast immer so innovative Vorschläge, ne? Na, ich versuche mein Glück, ja. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, vielleicht ist das auch totaler Quatsch. Aber vielleicht passt das nicht in das Konzept Aniko. Vielleicht passt das nicht ins Problem. Aber weißt du, Philipp, du hast uns ja auch nicht verraten, wie Aniko funktioniert. Ich bin ja unbissend. Ich bin da so kurz mal eingetaucht in dieses so Commerce, Marketing, Konzeptstore, denglisch und das ist schon faszinierend, ne? Da verbringen die Leute echt viel Zeit, damit sich sowas auszudenken. Gut, also da jedenfalls eine gute Idee. Wie gesagt, Lidl macht das auch, aber das ist halt so ein klassischer Konflikt, ne? Da kommt er zum privater Investor und das sieht erstmal ganz gut aus, aber hätte dann halt auch gerne was dafür. Ja, na klar. So, ne? Aber ganz ehrlich, also ich finde das irgendwie auch total legitim. Das ist ja immer meine Rede. Ich denke, man sollte auch nicht auf Unternehmen rumhacken, die das tun wollen, wofür Unternehmen nun mal da sind, nämlich Geld verdienen, ne? Aber dass die jetzt nicht irgendwie sagen, wir machen jetzt hier quasi eine soziale Wohltat pur, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Und gesamtgesellschaftlich betrachtet ist es halt einfach ein solcher Mehrwert, wenn dann diese Wohnungen gebaut werden, wenn eben der Stadtraum verdichtet wird, sodass die Menschen nicht in die Pampa ziehen müssen, sondern in der Stadt wohnen bleiben können, dass wir auch eine soziale Durchmischung hinkriegen, ne? Dass also in einem einen Wohnblock jetzt irgendwie nicht nur Leute sitzen, die, wie gesagt, den ganzen Tag nichts zu tun haben, sondern dass da ein paar Leute sitzen, die viel Geld verdienen, ein paar Leute, die weniger Geld verdienen. Das finde ich ist eigentlich schon eine ziemlich gute Sache und da muss man eben sehen, wie man in Details nachsteuert und deswegen diese Idee, dass man diese Verkaufsfläche unten eben vielleicht gemischt nutzen muss. Lustig, ne? Wenn du sagst, Leute, die nichts zu tun haben, dann geht zuerst ein Hipster. Ja, so Hipster sind ja immer busy. Das dachte erst so Leute wie ich, die dann so rumsitzen und in der Sonne sitzen. So wie du? Brausen. Braun gebrannt auch im Januar, der Philipp? Oder ist schon viel los? Von meinem Balkonienurlaub. Genau. Also, ja genau. Vielleicht zum Schluss noch. Ein Aufruf noch an der Stelle. Stichwort Bauland. Diese Geschichte, die ich eben angesprochen habe mit der Ökonomie des Baulands, diese Spekulation und so, dazu würde ich gerne mehr wissen. Also wenn jemand sich so ein bisschen damit auskennt, vielleicht sogar jemand mal durchgerechnet hat, was man tun könnte, damit diese Spekulation mit Bauland weniger sinnvoll ist. Vielleicht kann man ja auch quasi die Gewinne mit Spekulationen sinnvoll besteuern. Das finde ich total spannend, wenn sich jemand damit auskennt, schreibt uns bitte das in die Kommentare. Bei der Gelegenheit Kommentare. Philipp? Ich melde mich. Ja, Philipp? Da kann ich dir einen Podcast ans Herz legen. Alternativlos mit André Holm. Ach. Ja. Kann ich jedem empfehlen. Habe ich schon mal empfohlen. Empfehle ich hier wieder. Ja. Weiß nicht, wie die Überschrift ist. Wohnungsnot oder Wohnungsbau. Okay. Da, zweieinhalb Stunden oder was geht das und das, da liegt André genau da und hat sehr viele Ideen, wie man unter anderem mit diesem Problem fertig wendet. Alternativlos quasi der Podcast von Frank und Pfefe. Von den Alphatierchen vom CCC. Super. So. Jetzt kannst du, habe ich dich unterbrochen. Genau. Und trotzdem, ja, ich hatte ja im Grunde auch schon alles gesagt. Also jedenfalls, wenn sich jemand damit auskennt, der sich darüber Gedanken gemacht hat, vielleicht auch, wenn jemand die Folge mit André Holm gehört hat, die Alternativlos-Folge und sagt, total sinnvoll oder totaler Quatsch, was der André da erzählt, schreibt es uns in die Kommentare und die findet ihr auf lagedernationen.org. Ja, lagedernationen.org und das ist so ein Blog, wo ihr zunächst mal alle Folgen von der Lage findet. Ihr müsst dann immer auf die Überschrift der aktuellen Lage klicken und dann kommt die Seite, wo ihr auch die Kommentare seht. Das ist immer so der Satz, den User Experience Designer nicht hören wollen. Nee. Ihr müsst erst irgendwo klicken. Also pass auf, das ist ganz einfach, aber ihr müsst erst die Seite aufrufen, dann müsst ihr ein bisschen scrollen, dann müsst ihr genau gucken, das ist sehr klein und auch ein bisschen blass und dann müsst ihr draufklicken und dann müsst ihr nochmal ein bisschen runterscrollen und dann könnt ihr da was hinterlassen. Aber ich versuche doch einfach so ein bisschen unsere Hörerinnen und Hörer mitzunehmen. Das ist absolut. Ich finde das ein Audio-Guide für unsere Website. Ein Audio-Guide, genau. Und ehrlich gesagt ist der Hintergrund auch, dass ich das einfach so schön finde, dass es bei uns in den Kommentaren normalerweise total spannende Diskussionen gibt. Also ich lerne im Nachgang zu jeder Folge was dazu. Ich moderiere das ja auch immer so ein bisschen und schaue, keine Ahnung, doppelte Einträge löschen und wenn die Leute über die Stränge schlagen und irgendwie sich beleidigen, was Gott sei Dank selten vorkommt, wird es auch moderiert. Aber ich finde es jedenfalls toll und insofern freue ich mich über Kommentare zu allen unseren Themen, aber natürlich auch zu diesem Thema Spekulation und Bauland. Zum Schluss noch ein Programminweis. Bei uns im Küchenstudio erscheint natürlich nicht nur die Lage der Nation, sondern auch noch der ein oder andere Podcast und unter anderem das Bücherradio. Mein Freund der Baum heißt so, weil Andreas Baum das moderiert, zusammen mit Andi Arbeit. Und die besprechen jede Woche vier Bücher, drei haben sie gelesen, eins nicht. Das ist quasi das literarische Duett. Ja und die machen das sehr hervorragend und die haben jetzt wieder eine neue Sendung rausgebracht, auf die ich euch hinweisen möchte. Die Ausgabe heißt Liebe. Und was gibt es für ein schöneres Schlusswort als Liebe? Wollen wir kein Feedback mehr machen, Ferdin? Feedback? Steht noch ein bisschen Feedback im Pad. Okay, Feedback. Also die O-Töne bringen echt Abwechslung in den Podcast gerne mehr in Zukunft. Wir geben uns alle Mühe, ja, wir suchen uns noch ein paar charmante Berliner, die die Lage kommentieren. Genau, ich habe noch ein paar Töne, die könnte ich euch leider spielen, ist eine Bonus-Folge, ein paar Berliner, die Berlinern und das alles toll und dufte finden. Auch ein Wunsch an Interviewgäste, okay, könnten wir wieder mehr machen, hatten wir sowas wenig. Um das vielleicht mal ehrlich zu sagen, das liegt natürlich nicht zuletzt daran, dass wir da ein technisches Problem hatten, weil Skype, Skype kaputt gespielt hat. Wir haben früher immer die Leute mit Skype angerufen, also man kann ja von Skype aus auch Telefonnummern anrufen und das hat super funktioniert. Und dann hat Skype, Skype kaputt gemacht und seitdem ist es so ein bisschen schwierig. Jetzt müssen die Leute immer unsere Software installieren, dieses Studio-Link und nicht alle machen das, aber Philipp, wir basteln dran und wir hoffen, dass wir in der nächsten Folge wieder jemanden per Telefon zuschalten können. Das ist gut gesagt, ich nick einfach mal, ja. Du hoffst das aber doch, oder? Ich hoffe das auch, ja. Ich hoffe das total. Wir hoffen das mal. Ja, wir hoffen das. Dann gab es noch, ich habe noch eine Anregung, könnt ihr mal darstellen, was so ein Bundestag ohne Regierung eigentlich macht, machen darf, machen könnte? Genau. Fünf Sekunden? Genau, alles. Gut. Denn der Bundestag ist, der Bundestag wählt die Regierung nicht andersrum. Mit anderen Worten, der Bundestag kann im Prinzip alles machen. Das einzige, das einzige Ding ist, dass es eben keine klaren Koalitionsabsprachen gibt und damit nicht quasi von vornherein klar ist, wer die Mehrheit wofür hat. Aber der Bundestag könnte auch ganz ohne Regierung weitergesetzt werden. Das ist ja so ein bisschen eigentlich der Bundestag, wie Eltern sind weg, ne? Ja, so ein bisschen so, genau. Komm, let's do it. Irgendwie schreib mal ein Gesetz. Das ist doch im Grunde, das ist doch, gebe ich ja offen zu, so ein bisschen auch die romantische Vorstellung, die immer dem dritten Weg zugrunde lag, ne? Dass ich so die Vorstellung hatte, meine Güte, wenn jetzt eben die Mehrheiten nicht so klar sind, dann kommt der Bundestag mal zu seiner vollen Blüte, dann wird um Lösungen gerungen und so weiter. Da kam jetzt aber zum Beispiel noch Kritik auch von einer Abgeordneten, mit der ich noch nicht mal Abendessen war. Klar, die sagte, naja, schön und gut, aber schau dir mal die Mehrheiten im Bundestag an, wenn die Union und die FDP mit der AfD zusammen machen, dann ist natürlich schnell zappenduster, ne? Und ich hab dann so empört reagiert, naja, das werden die ja schon nicht tun und sie war da sehr skeptisch. Na gut, auf jeden Fall, auf jeden Fall, der Bundestag kann grundsätzlich, das ist die Antwort auf die Frage, so ziemlich alles machen, was er auch machen kann, wenn eine Regierung gewählt ist. Ja, sturmfreie Bude mit der AfD, stelle ich mir auch nicht so los. Ist nicht so geil, oder? Wenn da irgendwie so die Nazis mit Seitenscheitel im Raum sitzen, oh, jetzt kriegen wir wieder böse Kommentar, die AfD sind ja keine Nazis. Ich sag das jetzt einfach, wenn da die Nazis mit Seitenscheitel sitzen, wenn da die Nazis mit Seitenscheitel bei der Party irgendwie rumsitzen und irgendwie mit den Totschlägern wedeln, ist das nicht so geil. Genau, das ist ein schönes Bild, damit können wir aufhören, oder? Damit können wir aufhören. In diesem Sinne, wir haben... Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war die Lage der Nation, abschließend erörtert. Abschließend erörtert, abschließend erörtert, habt eine schöne Woche, habt ein schönes Wochenende und wenn ihr Bock habt, schenkt uns ein paar Sternchen bei iTunes. Bis bald, ciao. Bis dann, ciao. Applaus